So, und damit, hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Livestream, heute mit Teil 2 des 1000 Trophäen-Pushs. Heute wollen wir ziemlich genau zwei Stunden pushen und Mr. P in Richtung der 1000 Trophäen bringen, denn diese Season wollen wir Mr. P auf Rang 30 bringen, also auf 1000. Ja, ich bin gespannt, wie es laufen wird, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute am Start ist mal wieder Tobi, ne, ihr kennt Tobi, Tobi ist aktuell hier auf Platz, oh, er ist nicht auf Platz 2 in Deutschland, obwohl es Tobi ist, auf Platz 8 in Deutschland. Das ist ja nicht mehr ganz so gut, nee, Spaß. Und dann haben wir noch eine gerade Box, die wir gerade mitnehmen und noch, ne, die holen wir jetzt nicht mitkommen. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, Leute, ganz rechts im Shop, Creator Coach, Jonas, wenn ihr Bock habt natürlich, werden euch meine Videos gefallen. Würde ich sagen, erstmal Hallo an Tobi, ich soll erstmal kurz, ja, entmuten. Hallo Tobi. Hi, was geht? So, schön, dass du im Start bist. Jetzt schauen wir erst mal, dass wir dich einladen, let's go. Ach, der Team-Pod ist drin, lost. Oh, ja, schnell. Ja, alles gut, alles gut. Was haben wir denn für eine, oh, alles oder nichts, ist es gut für uns? Ähm, ich würde sagen, ist es nicht richtig gut für uns, aber so, okay. Okay, okay, ja, also an sich ist er jetzt eh nicht so schlimm, weil heute wollen wir jetzt zwei Stunden pushen, mal schauen, wie gut es laufen wird, ich will mindestens heute, wenn es gut wäre, vielleicht so auf 850, das wäre nice, meinst du, schaffen wir, in zwei Stunden, geht das? Ja, das geht schon, es soll schon gehen, aber so, ja, 850 wäre echt nice, weil dann haben wir echt eine, weil wir eine solide Ausgangslage, um das im nächsten Team dann zu schreiben. Ja, 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 also, ne, die Ausgangslage, das Ding ist, ähm, also morgen können wir, vielleicht können wir auch morgen doch streamen, weil ich jetzt wieder Daily Brows, das Aktuell bringen möchte, sogar wahrscheinlich. Ähm, ich muss mal schauen, aber ansonsten hast du ja nur noch bis Freitag Zeit, ne, also Freitag auch nicht. Ja, ich habe die Woche sehr, sehr viel zu tun und ich muss verschiedene Dinge noch regeln in drei Tagen und ich muss ein paar Videos vorproduzieren. Oh, geht das denn überhaupt zeitlich bei dir, wenn wir dann pushen? Es geht, es geht zeitlich bei mir, ja, es geht zeitlich bei mir, nur an den Tagen muss ich dann halt zwölf Stunden so, so, verstehst du? Samstag, Sonntag, ne? Ähm, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag bin ich weg, auch. Ach, bist du weg? Aber, okay, das schaffst du doch, okay, hoffentlich schaffst du es so. Ja, 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 ich muss halt paar Dinge regeln und so, also ich muss auch immer die nächsten drei Tage echt viel machen. Ja, okay, okay, also sagt, wie es geht natürlich, ich kann, ich kann sonst auch irgendeinen Ersatz finden. Ja, nee, kein Stress, das kriege ich schon hin, aber, ja, das schaffen wir. Ja, dann würde ich sagen, wir legen los, also bleiben für heute, ich habe hier einen Countdown eingestellt, dass wir mal, ich habe mal exakt zwei Stunden eingestellt, mal schauen, also, so, so zwei Stunden so als Messwert, mal schauen, wie hoch wir kommen, ähm, so zwei Stunden, ja, das wäre ganz nice. Ja, glaubst du, du schaffst es, Season 1K? Ähm, ich will mich noch nicht festlegen, also, ob ich es wirklich schaffen werde, werde ich, glaube ich, heute herausfinden. Also, heute ist echt entscheidend, ob, ähm, wie weit wir kommen werden. Also, wenn ich heute verkacke, dann ist es kein gutes Zeichen, Leute, mal schauen. Es wird auf jeden Fall sehr sparend. Ja, sehr sparend. Wie wird, wie bei, bei Lukas, hast du bei 999 erscheitern, jetzt? Mhm. Das wäre natürlich nicht echt. Ja, exakt 999 erscheitern. Oh, aufpassen. Loll, ist er los, der Bull? WTF, der ist AFK, schon mal. Ich hole mal die Koffer da rein, weiter. Komm. Ach, Junge, jetzt hat er Crow die Cubes genommen und da ist noch ein Meteor gekommen. Egal, komm, mach ich jetzt doch jetzt erst mal ein State. Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich haben die AFK. Ja, wahrscheinlich acht, ne? Äh, beide haben acht, ach so. Ja, beide haben acht, ach so. Ich dachte, einer hat nur acht gehabt. Nee, beide. Habe sie. Nice. Oh, hab sie. Oh, Double Kill. Oh, die Tyra kommt, die Tyra kommt. Ey, nein, nein. Ich habe die Sattel. Oh, nee. Tobi, hab. Da ist noch der, ist noch der, ist noch der. Ist noch der Crow. Oh, oh, der kommt, der kommt. Ja, 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 schön. Hau den raus, den Crow da. Wenn wir den kriegen, haben wir es. Ja, ja, ja. Oh, let's go, Tobi, ist schön. Ich bin auch gleich zurück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Ja, egal, mal direkt die erste Runde. Ich habe die letzten drei, vier Tage kaum was zu spielen. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen einspielen. Oh, jetzt muss ich nicht carryen, meinst du? Ja, ja, jetzt muss ich mich carryen. Oh, Mann, Tobi. Nicht optimal, oder? Wieder Tobi carryen, oh, Mann, ey. Gar kein Bock. Oh, Mann. Ich habe nur noch ein Gadget. Das soll ich eigentlich nicht wasten, weil das ist halt echt nicht so schwierig. Wir sollten vielleicht probieren, an einen Brawler zu fokusen. Ja, okay, dann lass. Ich weiß nicht, ich muss erst mal hier hin, gerade. Schwierig dran legen. Ja, das Problem ist bei Covid jetzt einfach rein, jump und sagen. Ja, gut, das war's. Ja, es geht sogar. Guck mal. Oh, Mann, ich konnte nicht laufen. Ich konnte nicht schneller laufen, aber schneller als ich. Ah, egal. So, die erste Runde. Ich bin euch froh, ich bin besser getropt. Ich war das letzte Mal ja leider, ich war ja bei wie viel was? Wie war das? Ich war 30 eigentlich, ne? Ja, ich war 20, 30, so, ja. Was hast du gemacht? Äh, weiß nicht mehr. Egal. Nee, es war noch im Stream, ich musste noch anhande spielen. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt, weil du da im Stream vorbereiten musst. Das habe ich die Trophäe verloren, so sieht es aus. Ne, es war mein Fehler, ich habe nicht später gesagt, ich sollte spielen. Ich habe es dann doch gemacht, weil ich dachte, so, komm, lass es mal versuchen. Ja, ja. War nicht die beste Idee. So, ein Leon ist ja. Oh, das sind beide gerade relativ leuchtend. Ich bleib mal dran, ich bleib mal dran. Ja. Oh, ich habe ihn gut gehittet, ja, ja, bleib mal dran. Ja. Ja, nice, Mann. Oh, da gönnt sich unsere Cubes. Oh, Mann. War da noch irgendwer im Busch hat, hast du den Cube geholt? Was, der hat sieben? Hol ihn weg! Hol du ihn. Hol du ihn. Nein! Nein! Doch, ich habe ihn. Lass ihn. Ja, ja, geh dahin, geh dahin, hol die Cubes. Oh mein Gott, let's go, der war übel lost, ist einfach zur Wand gelaufen. Keil, mein Ehre, Mann. Ich hau mal die Station nach hinten so ein bisschen, dass wir jetzt die Busche auch abchecken. Pass auf, pass auf. Ja, da ist niemand drin, schon mal. Okay, alles gut. Da fängt wie hier nach rechts, das ist ein Code, okay. Okay, das sind zwei Rekord, lass mal ein Team fokussen jetzt. Ich muss jetzt ein bisschen die Busche abchecken. Okay, okay, let's go, let's go. Ich habe kleine Legs, komischerweise. Was hast du? Kleine Delays, krass. Ach so, ich Legs hast du, ich dachte, du hättest Max gesagt. Ich dachte gerade, ja, ich weiß, dass du Max spielst. Oh, der Box hat das 9, okay. Okay, mal schauen. Äh, da ist irgendwas drin, was ist das denn? Was ist das gewesen? Ein Leon. Oh, das war der Leon. Oh, Junge, ne. Ey, macht der kein Wunder, dass er schnell sterbe. Okay, gut, er hat das gerade eben keine Elf gehabt. Pass auf, nicht so aggressiv, wenn du es wissen. Ich bin gleich zurück. Ja, ja, gut, gut, gut. Ah, es ist vorangehen können. Egal, schade. Egal, die Fighten. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich komme jetzt zurück. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ich gehe mal hinten dran. Oh, mein Gott, bitte. Nein, das ist alles ausgerechnet. Oh, Junge, wie Unlock hier. Ich habe nochmal getroffen. Heal up, heal up, heal up. Nice, man, respawn, hau up, hau up, hau up, oh, mein Gott, ey, was ist das, wir müssen top 2 kommen, das Wichtigste. Der, der, der vom Boxer weg. Ich bin, oh, 90, ja, let's go, man. Yes, da haben wir den Platz. Das ist der Rest egal, Platz 2 ist einfach das Wichtigste. Die größte Entscheidung ist immer, ob man dritter oder vierter wird und dann ob man zweiter oder dritter oder so wird noch, ne, das ist so das Wichtigste eigentlich. Ja, gut, der, der Leon ist jetzt nicht so angenehm für mich. Oh, lol, WTF? Äh, stopp mal. WTF? Ja, gut, nee, das ist immer noch, 12 immer noch. Ey, ja, schade, ey, nice, man, geil. Die ersten bei den Rotten schon mal sehr solid. Was, 14 Profis, in zwei Rotten, sehr nasse. Wie immer, zum Anfang vom Stream gerne einen Like da lassen, ne, für das YouTube-Ranking, ihr wisst Bescheid. Wir haben 360 Likes aktuell, wäre super, wenn wir vielleicht irgendwie die 500 schon mal voll kriegen. Und ansonsten auch natürlich wie immer gerne auch bei Tobi vorbeistand, der ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt und auch gerne ein Abo da lassen. Danke, danke. Ich werde heute nicht mehr streamen, weil ich heute nenne, sehr, 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 das Video hochgeladen habe. Ja, sag mal. Ähm, Nani auf Frankfurt im 30. Ah, krass, okay. Oh, ich muss auch mal treffen, Sekunde. Ich treffe gerade nicht. Ja, der wird mich killen, der Crowded Sketch benutzt auf mich. Ja, 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 ich habe nichts zu machen. Ja, egal, passt schon aus zwei Cubes. Ja, ich möchte einfach nicht so viel Zeit und ich möchte jetzt nicht das Video so vom Ranking verkacken. Ja, da hast du recht, vielleicht. Ja, ja. Wenn du aber nie, ich würde vor allem, wenn du nicht so viel Zeit... Spielst du heute Morgen mit, heute Abend? Ja, ich muss schauen, ich muss schauen. Ja, lass es lieber, wenn du nicht so viel Zeit hast, ne. Ja, okay, okay, ja. Ja, das musst du sagen, ne. Also, ich will dir jetzt nichts vorgeben. Ich meine, halt nur, wenn du wenig Zeit hast, dann willst du halt nicht machen. Ja, ja. Also, irgendwie... Ich hoffe halt, ich bin schon genug. Ich habe eher ein bisschen Angst jetzt. Ich habe auch gerade ein bisschen Angst bei der Runde, muss ich sagen. Oh, mein Gott. Ja, die Runde war bei der Runde, irgendwie. Okay, volle Konzentration jetzt. Ja, ja. 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 Nichts so ablenken lassen. Ich war gerade auch nicht konzentriert. Ja, ja. Alles gut. Jetzt volle Konzentration. Ja, das am besten... Also, in die Mitte wird vielleicht gar nicht movement, so, oder? Ähm, ja, ich würde sagen, ich kann in die Mitte laufen, oder einer von uns, oder der andere sollte eher passiv für Außen sein. Okay, dann schaust du, ich bin der Passiv-Außen-Typ. Ja. Oh, ja, ja, ja. Habe ich. Alles gut, alles gut, let's go. Sehr, sehr, sehr nice. Okay, jetzt sollst du die Büsse abchecken. Ja, das ist wichtig. Am besten ist er Platz 1 zu werden, dann gehen auch direkt die Trophäe wieder rein. Ja, ja. Weil es war echt ein bisschen unnötig, dass ich über ihre Wandelssachen geredet habe. Ja, ich habe auch über ihre Wandelssachen geredet. Ja, ja. Alles gut. Ich bin hier der Ablenker, um den Push noch spannende zu machen. Zehn Arten von Brawl Stars-Spielern. Der Ablenker. Der Ablenker, der über irgendwas redet. Tobi ist der Pro und der Ablenker. Ah, ja. Das ist Tobis Aufgabe hier. Komm, let's go, sehr nice. Ach, jetzt staubt die wieder so richtig hässlich ab, ey. Oh mein Gott, das war der Abstauber. Der Typ, der immer abstaubt und nichts anderes kann. War das eindeutig. Ist noch irgendein Push? Ja, wir dürfen uns jetzt schon wieder nicht ablenken lassen. Ja, Tobi. Mach nicht den Ablenker. Oh mein Gott. Ja, schau. Hä, ich war nicht abgelenkt, hä? Okay, okay, okay. Ah, das ist gut. Ich war im Fokus, ich hab den Kipp gemacht. Okay, okay. Lass den Spike hier hoch. Da oben, da oben ist... Okay, ich geh auch zu Spike. Ich komme. Der Spike hat null Power-Ups. Ja, ich weiß. Dann haben wir das schon mal. Ja, Jesus, sehr gut. Okay, sehr gut. Ich hab den Pinguin wütend gemacht. Ja, danke Gott. Der Pinguin ist wütend. Let's go. Ähm, Leon hat... Ja, ist unsichtbar, ich weiß. Ja, war das für ihn. Sehr gut. Let's go. Dritte Runde und wir haben direkt jetzt hier wieder plus 9. Geil, damit neuer Rekord. Oder nicht ganz neuer Rekord, aber... Ja, fahr schon mal gut voran. Danke auch schon mal für die Filme, halt Likes auf den Stream, Leute. Vielen Dank. Und T8XToast spendet zwei Schweizer Franken und fragt... Hilft Tobi auch zuschauen bei 1.000er-Puss? Ich denke, ehrlich, Tobi. Ich würde es sehr gerne machen, aber... Boah, es melden sich jetzt schon zu viele. Mich fragen jetzt ungelogen 50 bis 100 Leute per Instagram fast jeden Tag an, ob ich mit den... Oh, okay. Junge, ey. Die Leute bitte auch Tobi zu nerven, mit euch 1.000er-Puss. Oh mein Gott. Ich würde es natürlich gerne machen, aber ich habe... Ich hatte mal mehr Zeit, da habe ich auch oder ein paar Leuten so geholfen, die ganz gut waren, aber aktuell habe ich echt viel zu tun. Nämlich fragen jetzt auch mal Leute, ob ich ihre Clash Royale-Account pushe, obwohl es illegal ist. Also in Clash Royale kann man nicht zu zweit pushen, das ist halt echt lustig. Früher hatte ich echt ein Format in Clash Royale, wo ich anderen Zuschauern den Account gepusht habe. Da ist ja ganz früher noch erlaubt, aber... Zwar eigentlich ein nices Format, aber es ist so gut, dass es nicht mehr erlaubt ist, weil es gibt halt viele Leute, die 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 Accounts halt abziehen und so, ne? Und vor allem auch Google-Accounts sind halt auch verknüpft, auch damit. Da muss man echt aufpassen. Ja, da muss man echt aufpassen. Da muss man auch aufpassen, wenn man schon beim Überaufpassen steht. Ja, ja, richtig. Wir müssen auch aufpassen, gut, das ist das Anspruchs, Tobi. Ja. Wir müssen auf den Leon nämlich aufpassen. Ich hab nochmal getroffen noch. Ja, ich brauchte am besten meine Station so schnell, das geht, das wäre jetzt wichtig. Wer hat da gecampt? Hab ihn. Oh, mein Kill! Mein Kill! Sehr nice. Ja, ich hab nochmal getroffen, wichtig. Ich brauchte meine Station am besten irgendwie. Komm, Gun, Station. Ja, ich hab Station, richtig. Der respawnt gleich, pass auf. Da ist ein 6er, 6er, ja, Spike drin. Ja, wir sollten schon, dass wir irgendwie Top 3 safe schaffen und vielleicht so... Ja, vielleicht, ich würd auch vielleicht ein bisschen von einem Spy... Da kommt ein Leon von unten gerade. Geh du safe, geh du safe von unten oder so. Die gehen voll auf mich, Cody. Nein, nein, nein. Was? Bist du auch tot? Bist du auch tot? Ja, wie... Nein, oder? Ja, ich wollte Target Sandwich, keine Chance, kacke, Mann. Oh, okay. Ah, es muss ein bisschen besser laufen, die ersten 10 Minuten sind nicht so nice. Ah, nee, nee. Egal, nicht raus, nicht rausbringen. Ist das eigentlich die Heizung? Nein, ja. Ja, okay. Ja, bisher... Ich hab wieder ein safe Top 3, was... Nee, 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 ich hab direkt... Deswegen mein ich auch, wir sollten nach unten muchen, lieber weißt du? Ja, aber ich bin halt nach unten, aber haben halt zwei Leute gekämmt. Ja, ich weiß. Ja, egal. Wir hatten ein bisschen Pass, glaube ich, in der Runde auch. Der muss echt besser laufen. Ja, der Starter hat halt, wie gesagt, 0 Power-ups, komisch aber. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt haben wir schon zwei. Alles gut. Ja, aber der muss halt echt besser laufen, wir müssen im Zeitplan bleiben. Ja, ja, der Zeitplan, der Zeitplan, der Zeitplan ist wichtig. Der Zeitplan sagt, wir müssen uns schon höher sein. Was? Junge, es ist aber auch echt ein Witz. Geh du mal nach unten, geh nach oben. Ich will, wenn jetzt... Die Campen da drin, ich kann nichts machen. Nein! Och, Junge, weißt du, wir haben zwei Leute drin gekämmt, außen im Busch, WTF, warum campen die da drin? Ich komm, aber ich muss da hin, ich muss da hin. Och, Junge, das ist nicht wahr. Weißt du, ich bin halt extra in den Busch gelaufen, weil ich... Warum camp man links, außen im Busch, WTF, warum camp man da? Das war ein Bull und Leon, der da drin waren. Oh, kacke, das ist gar nicht nice. Okay, Leute, die müssen uns echt unbedingt gewinnen, die nächste Runde. Das ist echt wichtig. Ja, super, das ist ja wieder ein super Start. Okay, ich hab zumindest eine Kiste hier. Ich hab noch eine bei mir, vielleicht krieg ich die auch noch. Oh, das sind sogar zwei bei mir jetzt. Okay, ich geh mal da hin. Ach, schade. Aber das sind halt zwei noch. Ich will allgemein eigentlich nicht in die Mitte reinlaufen, ich weiß nicht. Ja, ja. Och, nein, Junge, das ist doch nicht wahr. Es kommt wieder so ein 6er Surge. Ich seh es hier an. Ja, ich war eine 7er. Oder ich korrigiere 8er. Komm, lass auf den drauf, lass auf den drauf, lass auf den richtig drauf jetzt. Ach, schade, Mann. Ja, ja, den holen wir, den holen wir. Den holen wir in safe, den holen wir in safe. Dann steht du potieren, pass auf. Hab ihn. Oder du hast hier. Nein, Mann, oh mein, oh, Junge. Alter, ich bin doch echt aggressiv hier teilweise. Oh, das hab ich mal probieren, glaube ich. Was soll ich jetzt hin? In die andere Seite. Ich muss jetzt eigentlich so laufen, ne? Ja, ja. Ich bin tot. Ich bin tot. WTF? Wtf, 3 zumindest. Was ist los, ey? Ey, okay. Ja, ich meine, wir wurden dann instant wieder von einem 8er Team gepusht. WTF, was ist da los? Du müsstest halt echt, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ja, die haben wir es halt auch. Wir müssen eigentlich halt in die Mitte gehen, um es halt so riskant, aber nur wenn du halt in die Mitte gehst, hast du die Kontrolle. Okay, gut. Ja, nee, nicht beide nach unten, dann immer schon einer in die Mitte. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Dann muss immer einer von uns versuchen, in die Mitte zu gehen, okay. Ich, ich gehe mal in die Mitte. Ich habe meine Schlüssel da rein. Sehr, 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 das müssen wir jetzt mindestens drei Cubes, das ist schon mal besser. Ja, das geht schon klar, das geht schon klar. Dann nehmen wir auch den anderen ein paar Cubes weg. Du hast immer so machen, dass ich wieder nach außen gehe, wenn da ein Cube liegt, okay, und du gehst dann schon mal in die Mitte, okay? Okay, sehr, sehr. Oh, da ist noch ein Busch, pass auf. Busch-Camper hier. Ganz dreckig am Campen. Die erste Viertelstunde ist gleich vorbei, wir müssen uns echt mal vorankommen hier. Komm, ja, ja, hier den Karl immer hitten. Da hat er gar keinen Bock drauf. Ah, den könnten wir. Leute, wie schnell der ist, BTF? Ja, der hatte auch noch sein Mord. Ja, ich weiß, geht schon. Das sind die wieder ja am Abstauben, ich merke's. Oh, nice, Mann, das können wir auch mit Abstauben. Oh, B ist auch nice, ja, da bin ich dabei. Sehr, sehr schön, das ist auch noch Scraged. Ah, das kommt die noch nicht von unten, die dann noch ein Auge. Haben wir Kill? Oder du hast den Kill, ja, ja. Was? Alles gut, ich hole die Cubes. Okay, okay, hol Pound, lande, lauf weg. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, nehm einen für alle und heal up. Ich glaube, ich warte einfach auf dich, sogar ganz ehrlich. Ich glaube, alles ist down-open. Ja, 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 ja. Ja, Mann, jetzt geht doch nach oben, hol die beiden Cubes, okay? Ja. Mann, ich hole den anderen. Nice, let's go. Das war lucky, da lag einfach 30. Oh! Wie viele Minen waren das bitte? Vier? Keine Ahnung, Mann. Drei, wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich drei. Mann, das ist gut. Ich habe die Station gleich gekocht. Ich komme jetzt mit einem 14 Cubes gleich und haue alles kaputt. Keine Sorge. Zack, 2300 Schaden mit einem Koffer, easy. So, hallo. Die haben gar keinen Bock auf mich. Eigentlich Angst auch nicht. Koffer. Wo sind die denn da oben? Ach, Junge, wieder so hässliche Minen, ich sag's dir. Gut, dass ich 30.000 Leben jetzt habe, easy. Wenn der Mate respawned, der Ender Mate wird auch noch respawned. Okay, da auch nicht. Okay, ja, gut. Haben 16 Cubes, muss ich sagen, ist fühle ich. Das war eine nice Runde. Ja, das war nice. Let's go, sehr geil. Ja, aber es muss eine Request herlaufen. Die Pollen ist echt eine gute Steak. Wir sollen uns so ein Ziel machen, keine Ahnung. 5 Games, mal mindestens folgen. Okay, Leute, lasst jetzt Streak machen. Okay, machen jetzt diese Taktik, dass ich nach außen... Okay, also dass du nach innen und ich nach außen direkt, okay? Let's go. Ich schau nach außen, ob irgendwas ist. Du gehst mir safe bleiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich geh direkt bei den Cubes. Ich geh safe und bei den Cubes... Oder was direkt... Ja, genau, in der Runde ist es recht. Ja, okay. Wo lange ich in die Märkte... Ja, ich geh in die Mitte. Du musst halt immer schauen, dass du safe bleibst. Ich bin safe außen, ja. Ich hab's drei, ich komm rein. Und helft dir jetzt. Das ist wahrscheinlich die beste Taktik dann. Ich muss eigentlich safe jetzt bleiben, das bringt jetzt nichts. Wobei, ich kann jetzt vielleicht noch ein bisschen Sekunde machen. Ja, die fighten hier auf jeden Fall. Ja, ist sehr gut. Du kannst reingehen. Nice. Ja, da ist das so rein. Oh, nice. Ist echt geil, wenn einer safe bleibt. Das ist die Taktik, das ist die Taktik einfach. Wenn einer safe bleibt, wenn der andere aggressiv geht. Das war geil. Kann natürlich auch schief gehen können. Aber wobei, wenn ich halt safe bleibe, wenn ich echt nicht... Ich muss halt echt aufpassen. Ich muss halt nur aufpassen, dass halt... Oh, oder Daphne keine Ulti bekommen, dann irgendwie auf die Schreuzung. Das ist das Einzige, was halt passieren kann. Oh, der Mist. Oh, nein. Egal, ich mach'n's wütend. Ich bin jetzt wütend, weil er gekillt wurde. Wo ist er denn in Respawn? Da unten. Da ist ein Shelly, lol. Dave. Ja, komm, die gönne ich mir. Ich hab' sie treffen, würde. Ja, Respawn. Hab sie. Okay, nice. Okay, nice, man. Sieht gut aus. Also, ich muss echt sagen, die Taktik gefällt mir ganz gut aus. Also, dass halt einer... Also, die Taktik ist halt wirklich, dass ich halt safe gehe, und dass dann Tobi in der Zeit halt in die Mitte auf Risiko geht und dann halt fightet. Und natürlich will ich halt gerade eben echt noch von außen entspannt mitfighten. Und dann die ganzen Cubes noch saven. Das war eigentlich echt... Aber das kann natürlich jede Runde so laufen, aber... Ja, ja. Das war echt ganz nice. Hallo, Daryl. Sehr gut. Jetzt deine Ulti zieht. Okay, das war auch da. Richtig. Nee, der hat weggebeamt. Ja, nice, man. Nice, man. Jetzt weggebeamt, hast du. Ach, lol. Jetzt weggebeamt. Ah, lol. Ja, toll. Der hat aber trotzdem gecaillt. Wenn der Skell sich nicht kennt. Sehr nice. Wieder plus 9? Oder nicht wieder plus 9, aber... Ja, schon. Ich bin verlaßen. Jetzt lass echt mal weiter einen Streak ausbauen. Vielleicht so drei Runden in Folge... ähm, Top 2 oder so. Also, jedes Mal Pluskling. Das war schon mal richtig wichtig. Jetzt, komm, komm mal. Ja, geh du nach oben. Okay, geh du wieder nach... Genau, geh, genau, genau, genau. Ja. Okay, ich hab zwei Cubes eingesammelt. Ich komm zu dir. Ja, schön, dass du auf den dritten. Wichtig. Ich hab meine Koffer mal da rein. Bleib du mal ein bisschen aus. Ja, ja. Schön. Ja, Tari, ich hab's gesehen. Ja, geh du safe. Alles gut. Okay, lass beide weggehen und probieren. Okay, aber es scheint echt effektiver zu sein. Also, deutlich effektiver. Das ist die Taktik, Leute. Aber es klappt deutlich besser. Wir kriegen jetzt jede Runde mehr Cubes. Und vor allem, nehmen wir auch den anderen die Cubes weg. Das ist halt auch vor allem wichtig. Weil jetzt hätte jeder so ein Team vielleicht 8 oder so gehabt. Und dieses Team fehlt halt jetzt. Und jetzt hab ich den Pull leider ermöglicht. Aber den hab ich auch noch nicht gekriegt. Alles Pull. Okay, aufpassen. Ja, ich hab ein bisschen Angst vor dem Pull. Das ist echt... Ja, wir wollen irgendwie auch Team. Keine Ahnung. Du musst halt auch aufpassen, dass wir in der Mitte nicht weggeholt werden. Ich hab's halt so ein Surge draus. Da war eine Tara drin. Angst, die sind mir so weiter nach hinten gelaufen. Okay, okay. Ich hab's noch mal getroffen. Na, zwei jetzt für meine Station. Das wäre halt wichtig. Ich kämpf ganz kurz mal. Ich gönnt die, ja? Nein, Mann. Gegönnt. Let's go. Station ist im Start. Das ist ganz wichtig. Sehr gut. Oh, in die Taume gegangen irgendwie. Ich hab das gut gemacht. Ich hab nur Angst vor dem Busch. Weil die könnten aus dem Busch rauskommen. Weil das so eine Verbindung... Ja, genau. Das ist ein Stehner-Sharing. Pass auf. Die ist Angst, dass relativ gut gehitet worden. Oh, 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 oh. Das ist noch was, okay. Ich hab Gadget angemacht. Und überrascht davon. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber die ist noch nicht down. Aber die wird down gehen. Die wird down gehen, ja, ja. Die wird down gehen, Mann. Let's go. Sehr, sehr, sehr nice. Ich komme, ich hole die Cubes. Geil, Mann. Geil, 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 geil. Sehr geile Runde, Leute. Das läuft. Das läuft. Sehr geil. So, ich mach am besten mal die Heizung, was viel zu warm wird. Okay, okay. Okay, gleich am ersten schon drin. Güte, hä? Dritte Runde in Folge Plus. So, ich will die Kopfhörer aufziehen. Nein, egal. Ich geh nach außen wieder. Also, okay, geh mal nach außen. Ich kriege die Cubes ja nicht. Da ist nur eine Petara leider. Ich treffe die. Oh, ich treffe, oh, ich treffe die richtig gut. Ich hab die. LOL, WTF. Sehr nice, sehr nice. Der wird die Cubes schon nicht hier. Nein, meins, meins, älger. Sehr, sehr schön. Passt. Ich hab die Kopfhörer immer noch nicht aufgehend. Nur zur Info. Okay, okay. Ganz gleich wieder aufziehen. Okay, ich mach's gut in Pause. Zieh die Kopfhörer auf. Das ist ja schön. Okay, jetzt hör ich dich wieder. Sorry. Okay, okay, perfekt. War trotzdem gut aus Start. Ja, ich würd sagen, lass am besten nach unten gehen oder so. Oder vielleicht auch nach oben. Was ist da? Das Proc 8-Bit. 8-Bit Proc ist eigentlich auch ein bisschen lost. Aber die haben eine gute Rehenspiegelung. Ja, ich merk's. Oder ist es... Ja, es geht schon. Ja, die sind so. Okay. Wir können auch nach unten gehen und die noch mal vorschauen. Kann ich mal das Station auch ein bisschen beschützen? Vielleicht noch was wir da ein bisschen Baby-Rose tun. Ich hab schon fast gesehen. Wir haben eigentlich in einer guten Situation. Wir haben vier Proc. Ja, ja, safe. Und die Station halt auch, ne? Ich hab's ja nur Angst, dass wir jetzt irgendwie... Unsere Druck. Da unten ist Crow und Cara nochmal. Die ist halt respawnd. Also Leute, wie immer gilt, ne? Ich kann heute nicht ganz so krass kommentieren wie sonst, ne? Weil ich mich konzentrieren muss. Das heißt, voller Fokus. Jedes Match zählt. Ja, genau. So, mein Tinguin läuft jetzt dort rein, okay. Ich geh jetzt auf die neue Station wieder. Die werden gesandwiched. Ich muss nur mal kurz fielen. Wer wird dann gesandwiched? Ach, das ist das Team, okay. Danke. Oh, okay. Ist ein bisschen hässlich gerade. Ich geh mal ein bisschen nach oben. Die Tara ist da. Die Achter Auge, die Tara. Ja, deswegen. Sehr gut, dass ich getroffen habe. Richtig. Die ist fast down. Leon ist auch fast down. Das sind beide fast down. Ja, ja, die gehen down. Die gehen down. Die gehen down. Das ist gut. Ich hab mir die Cubes jetzt auch. Die andere Tara hat cool. Die andere Tara ist oben auch down. Die haben jetzt die Cubes bekommen. Ich hab jetzt den... Ja, sehr geil. Ja, das ist sehr gut. Let's go. Let's go. Ja, ja, ja. Souverän, let's go. Wichtige, richtige Runde. Nein, mein Pinguin. Egal, ich will. Der darf nicht sterben, der Pinguin. Das Gätschel Mr. P ist halt so strong, ne? Das ist Wahnsinn. Ich hol die Cubes jetzt hier. Okay, okay. Ich mach jetzt das Gätschel an und zwar jetzt. Nee, 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 so nicht. Ja, let's go. Let's go. Und wie hohe, glaube ich, die vierte Runde oder die dritte Runde? Wie, die dritte? Vierte? Dritte oder vierte, keine Ahnung. Chad, wievielte Runde in Folge haben wir? Wievielte Runde in Folge? Ich weiß es nicht. Ja, wenn ich's mathematisch nachzähle, glaub die vierte. Los. Wenn ich's mathematisch nachzähle? Ah, ja. Ja, ja, ja. Ich zähle auch immer mathematisch nach. Ja, ja. Okay, let's go. Oh, ich geh, ähm, links einfach. Ich geh nach oben kurz. Ja, ist nicht besser. Komm dir eh erst mal rein. Ich komm direkt nach. Okay, okay. Hoffentlich ist noch nicht irgendwas passiert. Doch, alles ist passiert. LOL. Alles ist geholt. Junge. Oh, Surge hat alles. Wir haben einfach sechs V ab jetzt. Ja, ist nicht so nice. Ja, ja. Ja, ist das im Busch vielleicht raus, oder? Oder sind die nicht mehr drin? Nee, nee, nee. Die sind nicht mehr im Busch. Äh, ich krieg die gerade nicht. Wieso treff ich die jetzt? Hab ich sie getroffen? Die verfolgt mich. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Warte, ich komm, ich komm. Ah. Leute, die hat mich nicht getroffen. Nein! Ähm, nicht so früh, Freund. Nein, die Tara! Nein! Ich bin tot. Okay, geil. Was? Ich hab so, ich hab mein Gadget noch eingesetzt. So knapp, ey. Ah, Junge, ey. Also, ich muss echt sagen, die Bi wieder so dumm. Bis zum ersten Ende ist die nicht dauernd ganz sogar. Ich weiß nicht. Oh, pass auf. Drei Sekunden. Zwei. Eins. Sehr schön gemacht. Bin jetzt zurück. Ich hab dir zeugt. Das Problem ist, ich konnte nicht nach unten rufen, weil das Searchenball mit Sexen. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, die Runde allgemein war jetzt schwieriger, wenn wir ein dummes Starterwicht haben. Komm, wir müssen unsere Streak ausspauen, komm. Ja, ja. Ja, ich möchte halt am besten meine Station. Oh, Junge, und dann noch mit dem Big Hit. Ich fass es nicht. Ich bin wahrscheinlich down. Die Runde war halt hart bescheiden, ey. Die war halt hart bescheiden. Egal, dass wir halt weitermachen. Der Start war es halt, ne? Wir haben halt den Taktik völlig aufgegangen. Also, es muss ehrlich sein, dass ich keinen Eigenlob habe. In dem Gaming, ich fass perfekt gespielt und kann nichts machen. Ja, okay. Okay, ich geh jetzt gleich mal in die Mitte. Okay, ich helfe dir mal, komm. Loyalty geht auch in die Mitte, WTF. Ich versuche, den zu ärgern hier. Was? Keine Ahnung, was der vorhat, keine Ahnung, Mann. Ist das noch einer im Busch? Ich weiß nicht, was das ist. Nice, Mann. Nice, Mann, let's go. Da war niemals zu uns, geil, Mann. Okay, das ist unsere Runde. Leute, das ist unsere Runde. Jetzt können wir direkt wieder alles gut machen. Wir haben beide acht Hubes direkt. Let's go. Voller Fokus jetzt. Lass mal in der Mitte bleiben, oder? Mhm, mhm. Na, leider hab ich nicht getroffen. Komm, ich mach noch einen Hit für, wenn du eine Station. Okay, okay. Hab sie. Let's go. Und jetzt ist es souverän. Jetzt einfach nicht verkacken. Leute, das muss es bloß 9 geben. Jetzt können wir am besten auf dieses Lost-A-Tick-Team gehen, oder? Der ist halt absolut los. Sehen dir an, sehen dir an, wie er struggelt. Jetzt mach ich den Pinguin gleich noch wütend. WTF, ey. Die sind absolut los. Pinguin geht überhaupt nicht down. Der Pinguin lebt immer noch. Den nehme ich noch mit, den Pinguin in den Machen. So, echt noch wütend. So, jetzt mach ich den wütend. Oh, sehr schönes Timing. Der war fast down. Ist halt geil, dass er wieder Full-Life ist. Ich liebe das beim Pinguin. Ich mach die Koffer hier rein. Ja, schönes Timing. So ist mein Station... Ja, ja, klar. Die ist auch noch im Start. Ich kann den nicht nochmal wütend machen. Och, Mann. Nee, leider nicht. Leider nicht. Na gut, das ist eh schon, würde ich mir nochmal Full-Life machen. Ja, ja, ja. So, Pinguin, komm. Gutes Problem, Jonas. Ich gehe nach unten schon mal. Ich mach mal mit dem Pinguin... Oh, nein, das sind die Minen reingelaufen. Der ist auch noch nicht stunned. Oh, nein, nein. Ich mach ihn jetzt wütend. Nein, ich mach ihn jetzt wütend, weil er die Stun-Minen reingelaufen ist. Der ist beleidig jetzt. Und verhaust du irgendwas. Lass uns auch mal einen Pinguin hoch. Jürgen, der Pinguin macht so Spaß, wenn er so viel Leben hat. Ich sag's dir. Kann auch das mit dem Gadget, kann man ihm jetzt auch 20.000 Leben rausholen. Was, ist die denn jetzt weiter geworden? Ja, ja, die sind gekämpft. Die haben einfach gekämpft, die Runde. Oh, Jürgen. Dieses Lost-Team. Da dieser Tick, der in die Mitte gelaufen ist. Überlegt mir, dieser Tick mit 3000 Leben. Und denkt euch so, joa, ich glaub, ich laufe in die Mitte. Ja, moin. Vor allem so alleine in die Mitte einfach. Und vor allem, er ist halt echt in die Mitte. Dann ist er so rausgemoved. Und dann ist er wieder straight in die Mitte. Direkt in die Kiste rein. So in der Hoffnung, dass er irgendwas abstaubt. Ich geh nach oben wieder. Ja, okay. Ich weiß, ob es vielleicht besser ist, wenn man ein Risiko direkt geht. Aber egal, es ist schon mal ein. Ich geh nach unten, Hälfte. Ah, da ist noch eine Baby drin, keine Ahnung. Geh raus, geh raus. Nein, Jürgen, du hast. Ja, no risk, no fun, sagt man doch, oder? Oh nein, 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 jetzt hat sich gezeigt. Ja. Ich hab's einmal getroffen. Ja, ja, nice, nice, nice. Oh nein, der bin gestorben. Oh Mann, als ob der ist einer in der Mitte. Oh mein Gott, wie dumm. Wie früh ist der bitte gestorben? Das ist jetzt hier mehr raus gewesen, überlegt mal. Ich darf nicht so viel riesig bin. Das ist hier mehr einfach raus gewesen, ey. Kacke, Mann. Oh mein Gott, ach der Max muss weg. Wir müssen nach oben, wir müssen nach oben. Ich hoffe, dass es mit einem Busch oder so. Ey, nein. Oh, 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 oh. Nein, nein. Ich glaub, das schaff ich aber noch. Ja, das schaff's noch, aber ich weiß es nicht, wie rauszukommen. Ich weiß. Du musst jetzt irgendwie wegdrängen oder so. Lass uns vielleicht noch aufteilen, ich geh. Mann ey, nee, nee, komm nicht raus. Klarisch. Ist du gestorben? Ich bin tot. Ja. Oh, Junge, das ist manchmal so des Scheuers, ey. Egal, das muss ich weitermachen. Aber die Runde wäre so wichtig. Egal, komm, 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 komm. Wir haben immerhin 30 Trophäen in einer halben Stunde geschafft. Das ist einiger, das muss aber schneller gehen. Ja, das muss einiger besser werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Map ist, weil man musste eigentlich in die Mitte geben, um Dominant zu bekommen. Ja, das ist möglich. Ist nicht so nice. Ist nicht so nice zum Pushten, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, ich habe auch das Gefühl, aber wir versuchen es. Sehr nice. Ja, habe ich doch nicht so nice, wie ich denke. Ich glaube, das überlebt. Überlebt. Ja, der Spike. Der ist lost, der Spike irgendwie. Oder ich bin lost. Ich werde gepusht von zwei Teams. Gears safe. Ich bin komplett insentiert. Ich bin tot. Lass es einfach weitermachen, lass es einfach weitermachen, das war lost. Komm, komm, komm. Okay, 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 okay. Also, wir müssen, wir müssen das safe haben. Das war wieder total lost, weiß ich, ich gehe halt auf den Stutt. Ne, war dumm, ich würde weiter, ich hätte selber gehen müssen. Okay, geh du wieder rein, ich gehe auf die beiden Cubes. Ich hole mal die safe, okay. Wir müssen taktischer spielen. Das ist echt, wenn man taktisch spielen muss, auf jeden Fall. Ich habe einen Cubes zumindest. Ich komme jetzt. Oder ich, 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 äh, okay. Ja, es ist halt, also, ich weiß, ob die Mitte taktisch ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mitte taktisch noch wichtig ist, eigentlich so. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht. Ich muss halt nur, wahrnimmig nicht zu treiben. Ich muss halt ein bisschen lucky sein, weißt du? Es ist halt vielleicht, also, ich meine, es haben jetzt mindestens drei in einen Cubes ist jetzt gar nicht mal so schlecht, weißt du? Ja, ja. So, ich habe es schon mal am Start, let's go. Es geht ja eigentlich, klar. Ich habe das Gefühl, dass die Taktik echt noch mit am besten ist sogar. Ja, ja. Was gibt halt Runden, den du halt dann nichts bekommst, klar. Aber, erinnert ja immer irgendwas, ne? Ja, ja. Einer von uns beiden, das ist das Wichtigste. Jungs, das sind wieder so aggro, ich habe auf dieses Team gar keinen Bock, irgendwie. Ja, ja. Junge, ich möchte meine Station halt irgendwie, das ist etwas schwierig bei dem Team. Ich bin halt so oft das Tanz, leider. Ja, ja. Lass mal ein bisschen nach außen, dann vielleicht schmogen. Bis mit dem, ich weiß nicht. Soll, irgendwo wieder ein OP-Team, du darfst du nicht vergessen, wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe gar keinen Bock auf dieses OP-Team. Das ist bestimmt irgendwie so eins mit 20 Dubes wieder. So ein Bull, oder, ne, in Surge ist es eher, der sich da ran teleportet. Oder so ein Leon, der unsichtbar ist. Auf den werde ich heute auch noch, der wird auch noch kommen, heute. Ja, da ist das OP-Team, ich wusste es, oh mein Gott. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg, ich bin tot. Junge, es ist wieder so klar, ne? WTF, ich habe auch gesagt, es ist so ein... Oh mein Gott, ey. Warte mal, vielleicht soll ich einen anderen Prawler nehmen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht. Ich verstehe, habe ich überlegt, ne? Wegen der Mitte. Ja, ja, Shakey ist am besten in die Mitte, weil danach kann ich ja nichts machen. Ich habe das Gefühl, dass Jacky echt nicht schlecht ist, wenn du in die Mitte gehst. Weil wir gehen, wir wechseln jetzt, wir gehen zur Risikostategie. Weil das Ding ist halt echt, also jetzt ohne Witz, also die Map ist halt, glaube ich, echt nicht so nice zum Pushen mit so komisch. Weil man muss halt einfach am Anfang in die Mitte falten. Okay, dann lass all in, oh Sekunde, ich muss was trinken, gerade Sekunde. Ja, lass alles kurz. Lass all in die Mitte, okay? Lass all in die Mitte, ja. Also beide direkt in die Mitte rein, würde ich sagen. Ja. Das Ding ist, die Tubes kriege ich danach sowieso dann, okay? Da kann ich jetzt zurückkuchen, dann, okay? Aber lass all in die Mitte rein, okay. Ja, okay. Also das Problem gerade eben war, wir sind über die komplette Map gemoved, einmal. Und irgendwann ist halt klar, dass es dann das krasse Thema auf uns aufmerksam ist, auch irgendwie, ne? Ja, ja. Okay, okay, okay. Jetzt können wir hoffentlich fighten für die Cubes, um zu helfen. Die Jackie ist, glaube ich, auch reingemoved irgendwo. Sehr nice, sehr nice Verkriegnis. Ja, let's go, das fühle ich. Oh mein Gott. So, jetzt direkt nach außen move'n und die Cubes absagen. Geil, Mann. Sehr, sehr geil. Aber da ist aber keiner mehr, aber ist nicht schlimm. Das Speed. So, die haben drei, das ist in Ordnung. Oder unten war doch ein Team, aber noch ein Team, okay? Das Ding ist halt, ich kann es halt gefühlt fast gar nichts machen, so. Ach so, lol, na, okay. Ja, das sei denn, aber wir können eigentlich sehr entspannt, weißt du, was wir bei dieser Taktik machen müssen? Mitte dominieren. Mitte dominieren dann außen abstorben, ist eigentlich voll easy. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Weil du kannst halt easy uns absichern, weil du halt einen Tank mit, lol. Ja, oder halt so dumme Taras erwischen, wenn die zu nahe kommen. Ja, ja. Ja, gut, oder auch nicht. Oder halt dumm wegs sterben, wie ich gerade. Ja, schließlich liegt es auch auf dieser Web, dass man eigentlich, ähm, mit Kontroll hat, ja. Ja, das ist halt echt so. Jetzt haben wir die Kontrolle, das hatten wir halt vorhin gesetzt. Es kommt immer so ein OP-Team aus der Mitte. Und jetzt sind wir dieses OP-Team. Das ist schon ein geiles Gefühl, gerade. Wir müssen auch ein Spiel machen. Ja, wir müssen echt ein Spiel machen. Ich nehme ein paar Cubes und sammeln. Ja. Ja, oder die Station würde ich halt gerne fahren. Das wäre halt ganz wichtig. Ich habe das hier mit der Save in der Zeit. Klaas, den Kill, Gott. Ich habe das Gefühl, dass das, glaube ich, eine deutlich bessere Strategie ist. Also, das war natürlich jetzt sehr lucky mit dem ersten Start. Und wir kriegen, glaube ich, jede Runde wirklich einige Cubes. Aber wir wüten der Pinguin. Das ist gut. Wir kriegen, glaube ich, jede Runde einige Cubes ab. Das macht ja vor allem auch viel mehr Spaß. Das ist alles geil, weil wir einfach diese Cubes haben. Geil, so will ich jetzt jede Runde sehen. Come on. Ja, wir sind echt gut getropped. Sieben 23 jetzt. Ja, wir sind echt ein sehr harter Anfang. Ja, ja, aber es wird. Es wird. Erst halbe Stunde. Wir müssen halt erst rein. Ich habe das Gefühl, dass die Max-Tara kommt hier einfach nicht optimal ist. Ähm, Max, Mr. P. Ich sage mal so, Max ist aktuell halt einer der besten Porn, aber auf der Web ist halt Max echt nicht so nice, um halt in die Mitte zu kommen. Ja. Okay. Ich gehe mal nach außen und farm die beiden Cubes schon auf safe. Okay, ich glaube, das ist sogar besser in dem Fall. Du musst erst schauen, was du machst. Ähm, ich werde vom Crawl geforscht. Das ist nicht gut. Okay, ich habe zwei Cubes gesammelt. Ich komme. Es kommt noch in ein anderes Team rein. So ein dummes Team. Oh, da ist der Crawl. Hallo. Keine Ahnung. Ich gehe mal safe. Ja, ist doch nice, ist doch nice. Ist doch nice. Wir haben einige Cubes genommen. Oh, Leon kommt. Leon ist jetzt nicht nice. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, nein. Er ist halt wieder zu aggressiv von mir. Pass auf, Uli. Ja, du kannst... Nee, pass auf. Oh, mein Gott. Du musst echt. Oh, gut. Oh, mein Gott. Nein. Es ist unsichtbar. Pass auf. Ich glaube, es schaffst du aber. Ich bin vier Sekunden zurück. Drei. Nein, gepäusen. Kacke. Das ist halt wenig machen, ne? Das ist halt mies. Aber jetzt kann ich was machen. Ja, du musst halt weghalten, so. Ja, mache ich auch. Das ist gut. Oh, sehr wichtig. Deswegen ist halt, jetzt musst du halt gefühlt die ganze Arbeit machen. Ja, und ich habe halt nur 0 Cubes. Das ist ein bisschen belastend. Es war nicht optimal, aber es ist egal. Aber es ist halt heute echt eine spannende Strategie, mal Leute. Also, wir gehen halt echt auf hohes Risiko heute. Aber ich glaube, es ist eine sehr spannende Map auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir echt krass gut pushen können. Aber es kann auch sein, dass man schnell dumme Lose kassiert, natürlich auch. Wieso sind die so aggressiv auf uns? Ich verstehe das nicht. Macht auch keinen Sinn gerade irgendwie. Mal get's dir schnell an. Weil ich denke mal, die wissen halt, dass... Ja, schon, das checkiert. Ja, okay. Ja, macht's ja nicht was. Aber... Jetzt kannst du hier die Karma. Easy. Oh, ja, Mann, let's go. Wichtig. Jetzt habe ich auch ein paar Cubes vor allem. Wichtig. Sehr geil. So, den Crow macht jetzt das... Nein, ich wollte das Gadget gerade setzen. Egal. Die Crow ist allein in der Mitte, lol. Okay. Egal, ich habe die Station. Jetzt müssen wir halt versuchen, irgendwie... Oder ich muss vor allem versuchen, meine nächste UL zu fahren. Das wird jetzt echt wichtig. Oh, da kommt mit... Lol, der Leon wieder? Okay. Aber wenn die zu nahe kommen... Ja, ist das schwer, ne? Nein, ich habe wieder das Gadget verkackt. Das ist mein Fehler. Ah, Mist, ich glaube... Das ist der Team mit der Leon. Achso. Jetzt haben wir die Mitte safe. Ja, ja, das ist richtig. Ich sehe es. Ich komme zu dir immer. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich fühle die Kombi, wirklich. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ja, ja. In der Mitte, ich weiß nicht. Gadget down. Richtiges Gadget hier. Wird sterben. Oder auch nicht. Let's go. Geil, Mann. Ich fühle die Kombi. Ich fühle die richtig. Ja, geil. Sehr gut. Leute, ich habe das Gefühl, dass der Switch uns echt... Aber mal schauen. Wir sind ja auch erst ganz am Anfang. Ich meine, wir sind gerade echt mies getroppt. Wir brauchen jetzt echt wieder eine gute Streak. So eine 5-Bot-Streak am besten oder so. Ja, ja. Let's go, Mann. Danke fürs Abo gerade auch. An Petro, glaube ich. Ich habe es nicht gelesen. Ich hoffe, Petro hat es gesagt. Oh, nice. Ich gehe dir in die Mitte direkt. Ich gehe wieder außen. Ich glaube, ich kriege die aber nicht. Da hat ein anderes Team auge gemacht. Ich muss erst schauen. Okay, okay. Ich bin auf jeden Fall in der Mitte allein. Ich habe alle drei Parts bekommen. Sehr nice. Die Tare kommt oben. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich halte die weg. Das war die Tare, die auch gemacht hat. Es ist geduldet, ne? Ja, es ist geduldet. Ja, ich brauche ein paar mehr. Ich muss noch Hits mehr treffen. Oh, da kommt echt ein Nies ran, oder? Angst, ich glaube, jetzt kannst du ihn holen. Ja, Mann. Yes, let's go! Und das ist wieder... So, und jetzt ist es am besten natürlich versuchen, vielleicht in die Mitte sogar zu gehen, ne? Ja, ja. Mit sieben Cubes sollten wir es eigentlich gut hinbekommen. Ich glaube, es ist in der Mitte wieder so irgendein dummes Team Chelly. Ja, ich muss halt vorgehen, so auf safe. Ja, ja, auf safe gehen. Oh, das ist auch ein Mr.P-Team. Ja, die wollen die Mitte halt nicht hergeben. Okay. Ja, ja. Also, ich würde nicht alleine reingehen. Ja, ich sehe es. Ja, du musst halt immer mitgehen. Das ist dann eigentlich... Sehr geil. Ja, hart umkämpft die Mitte. Let's go. So, Leonis unsichtbar ist, glaube ich, rausgemoved. Ja, ja, okay. Sehr geil, jetzt haben wir die Mitte. Ey, ich fühle es richtig gerade. Ich habe das Gefühl, dass wir damit... Ach, vor allem, glaube ich, richtig viel Spaß. Und ich glaube, einfach das richtig OP ist, vor allem. Ja. Nice, Mann. Station hin und catchet an. Ja, Dark Star. Nice. Oh, eine 7er Shelly. Oh, die nehme ich auch noch mit. Ja, ja. Die hole ich mir. Die holen wir uns, die Shelly. Let's go. Die ist down? Ich kriege die Cubes halt leider nicht. Roll noch ein Ball. Ja, der nimmt die nicht. Nein, ist mir nicht gut dran. Die haben unsichtbar ist, das passt. Ich habe... Ah, ich habe 13 Cubes. Let's go. Easy. Ja, ja, ja. Zack. Ah, nicht ganz. Okay. Ich hol gleich mein Gadget raus. Jetzt ist Anne dich holen mein Gadget raus. Zack, Gadget raus. Zack. Station. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Sehr geil. Ich habe das Gefühl, das macht vor allem Spaß. Ich weiß eigentlich, ob es weiter oben noch klappt. Oder haben wir dieselben Leute schon? Weiß es klappt weiter oben auch? Wir haben aktuell, würde ich sagen, Gegner so bis 800. Weiter oben wird es schwieriger, würde ich sagen. Ja, da muss es wirklich... Weil die Leute sind ja noch ein bisschen smarter. Aber ich glaube, Check ist wirklich sehr, sehr gut. Also... Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich spiele halt Checky relativ ungerne. Kann ich dir gleich sagen, warum? Ja, weil sie kacke ist. Oder? Ja, weil ich halt nicht so viel machen kann. Tara kommt links durch. Rechts meine ich. Ja, ich bin safe. 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 Ja, das ist so ein dummes OP-7er-Team. Das ist halt nicht so nice. Ja, ich gehe jetzt auch safe nach links aus. Okay, lass mal in der Mitte mal ein bisschen fernbleiben. Weil in der Mitte ist immer dieses eine OP-Team. In dem Fall ein 7er. Guck mal, dass wir schon mal top... Das ist gut. Bitte top 3. Ja. Okay, jetzt lass mal ganz über außen moving und weg in der Mitte bleiben. Glaub ich. Auch die Fighten. Ich glaube die Fighten. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Let's go. Schau mal hier vorbei bei außen. Boah, gut, man. Gut. Ich habe echt ein gutes Gefühl heute. Diese Kombi ist einfach geil, man. Ja. Ich pflichte euch auf das. So, egal. Ja, die sind... Ein Team ist auf jeden Fall in der Mitte. Ja, das ist einer respawned. Okay. 15. Ah. Ja, moin. 15. Ja, moin. Alles klar. Ist auch doppelt Tara. Ich sehe es. Ich habe ein bisschen wütend gemacht, aber egal. Ja, ich weiß nicht, was du machen sollst. Ist wahrscheinlich irgendwo das andere Camp-Team, ne? Aber ich bleibe oben rechts, bist du safe. Bleib mal drin. Bleib mal drin. Bleib mal drin. Ich will einfach campen jetzt. Und hoffen. Oh nein. Ich bin gleich zurück. Bleib weg, ihr Taras. Bleib weg. Junge, nein. Okay, lass uns trennen, lass uns trennen. Ich bleibe oben rechts. Ja, let's go. Oh mein Gott. Geil, Mann. 19er, Tara. Ja, gut, ich will eigentlich sterben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, gut. Na, Tobi. Noch gejoked. Alter. Okay, okay. Weiter geht's. Ey, wir sind mit dem nächsten Mal bei 7,50, ne? 25 zum ersten Mal. Danke an Shahin Shahin für das Abo. Vielen Dank. Leute, wie immer, ne, wenn ihr neu am Start seid und keine weiteren täglichen Brows des Videos oder Streams verpassen wollt, gerne noch abonnieren. Die neuen Abos werden oben rechts eingeblendet. Und auch gerne bei Tobi vorbeischauen. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ich bleibe mal bei dir in der Runde, weil ich eh nur ein Cube holen kann. Versuch safe zu geben. Oh, okay. Ja, super. So, despite mir noch nen Hit mitgegeben hat. Shelly ist da. Pass auf. Ich hab die rausgetrieben. Sehr gut. Ja, ich hab die Shelly. Ja. Station, bisschen safe. Let's go, let's go, let's go. Nice man. Let's go. Oh, sehr geil. Den hol ich mir auch noch, den Leon. Der wollte meine Station angreifen. Ja. Oh mein Gott, der oben kann er mir auch noch gut angreifen. Boah, der Start ist OP. Der Start ist OP. Geil, Mann. Jetzt Rang 25 sicher machen, Leute. So, lassen wir auf den Spike einfach gehen. Der hat, glaub ich, eh kein Bock auf uns. Ja, der bin ich ordentlich getroffen, Alter. Ja, ja, ich muss drauf passen. Da ist auch noch ein Crow nämlich runter. Ich muss echt hier hin, sag ich mal. Ja, ich muss hier erstmal. Ja, Mitte ist halt schon safer, ne? Ja. Ja, wir sollten, wenn wir wirklich ganz safe spielen wollen, ist das vielleicht ein bisschen leichter. Ja, ich weiß. Da kann man nämlich echt nix schief gehen, gefühlt, ne? Ne, solange wir in der Mitte sind, kein anderes Team mit Checky, kannst ne Checky werden die 5 Power-Ups, also nicht contesten. Du weißt nicht wo die ist, verstehst du? Ja. Deswegen. Ich weiß. Ich baue noch eine 2D Station, komm bitte, das wär so richtig. Ich hab nicht, ich hab nicht. Easy, let's go. Ja, ja. Station, sonst können wir safe gehen. Hä? Leuchtet. Okay, muss der. So. Ich hau gleich mein Gat-Stell drauf. Oh, der Pull daneben, das war Lucky. Der grad ist schlipp. Das war so riskant von mir. War mein Fehler. Ich hab eigentlich grad down gehen müssen. Also, das wär nicht gut. Ich spür von mir. Aber alles gut. Ich viel ab, viel ab. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Die fighten da oben grad ich. Oh, ja. Abstauben. Ja, Mann. Erstmal wieder Abstauben. Gar kein Bock. Ich hätte auch keinen Bock auf den 13er Mr. P. Hätte ich aber auch nicht. Let's go. So, jetzt hier wieder. Nein! Oh, Leute. Wie viel Schaden der macht. Der hat einfach meinen Pinguin getrohschottet. Der hat einfach meinen Pinguin getrohschottet. Der macht zu viel Schaden, sag ich dir. Und dann hat auch 6 Power-Ups. Ja, ja. Dann muss ich erstmal den kill ich zuerst. Dafür, dass er meinen Pinguin geholt hat. Asozial. Oh, der ist wieder gestorben. Egal. Keine Ahnung. Und damit erreichen wir jetzt direkt Rang 25. Und ich muss wirklich sagen, seitdem wir Jacky Dings spielen, läuft es richtig krank. Also die Kombi ist auf ein ganz anderes Level als die Max-Kombi. Die Taktik ist einfach richtig geil. Also ich will immer so taktisch schauen, ob ich... Ich wollte euch sagen, warum ich Jacky nicht so gerne spiele. Das Ding ist halt. Ich kann halt mit Jacky, nachdem ich hier Gips geholt hab, fast nichts machen. Außer wir bleiben halt in der Mitte. Außer wir bleiben in der Mitte. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt bleiben wir in der Mitte. Ist gut. Ne, aber die Taktik macht übel Bock irgendwie, oder? Chat, was sagt ihr? Ist halt was ganz anderes. So, wenn ich einfach um die Cubes zu fighten. Das ist richtig geil, das Gefühl. Ich gehe mal wieder... Ich gehe... Ich gehe wieder mit, komm. Ich gehe mal wieder mit, weil... Weil... Dings, weil... Da außen hier nur ein Cube ist. Sehr geil. Zwei Cups gesetzt. Ich geh jetzt nach oben wieder, okay? Ja, ja. Kommst du dir? Hey, da will eine Shelly abstorben. Oh, ne. Ja, aber... Ja, gut. Ich mach die... Hä, lol? Teaser auf KBTF. Let's go! Das sind sechs Cubes für uns. Geil, man. Mies. Warum bist du denn wütend? Dein Mädchen ist übrigens geschickter gewesen, wenn ich sogar die Kills gemacht habe wegen meiner Station. Egal. Ja, stimmt. Stimmt. Man kann ja nie wissen, wie... Das Ding ist ja... Es war besser so. Ich weiß. An sich... Hat euch jetzt nur so gesagt, ne. Wie gesagt, an sich... Kann man ja nicht wissen, ob die nicht gleich jeden Moment move'n würde. Ja, ja. Deswegen war schon gut, dass du sie instinkt gekillt hast. Hol den Koffer hier ab. Ja, das ist cool. Mr.P ist der Mitarbeiter am Flugzeug, der... Wenn ihr eure Koffer vergessen habt, werft ihr euch die nach? Das ist Mr.P. Nein, Mann. Sehr geil. Ich will jetzt mal kurz abmachen und die Station Clash stellen. Lass... Oder lass vielleicht mal versuchen, die Mitte noch zu holen. Oder... Lass vielleicht zuerst... Ich habe die Station auf safe, komm. Erst die Station in die Mitte gleich. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Let's go. Sobald jetzt einmal die Mitte kontrollieren, ist halt eigentlich DJ gefühlt. Ja. Du kannst aber halt auch nur die Mitte kontrollieren, wenn du mehr Power-Ups hast, das andere Team, als in der Mitte ist. Verstehst du? Ja. Da sind drei Cubes, ich hole mir die. Ich gehe auf das Risiko. Pass auf, gerade. Safe, safe. Sehr, sehr gut. Oh, die Jackie geht grad... Nein, nicht zu meiner Station. Hau ab. Ah, meine Station ist wieder weg. Ja, dieses äußere Team ist echt nervig und gefährlich. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Tara, aufpassen. Die Ohl, die Ohl, die Ohl. Shelly ist in Busch. Sehr gut. Die fighten gerade unten. Ich kann dann seine Stings reinwerfen, wenn der Angriff ist. Sehr, sehr, sehr. Ich habe wieder abgestorbt. Ich habe auch den Mr. P genommen. Sehr geil. Gadget aufwand. Sehr, sehr gutes Logs. Habe ich. Habe ich. Ja, man. Pinguin kills hier noch. Leute, es sind 16 Cubes jetzt hier am Start. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, der wird aufgehen wahrscheinlich. Oh. Ich gehe mal zu. Ich gehe mal zu. Station davor. Ha. Hier ist Station. Let's go. Schau mal, der Pinguin mach mal gar nichts. Ja, ich mach mal nichts, okay. Wie viele Hits du brauchst? Junge, tausend Schaden mit einem Hit WTF. Jörg, alle mal einen GG in den Chat für den Pinguin. Plus 9, sehr, sehr geil. 766. Was? Wir laufen Pinguin. Ja, man. Das ist voll nice. Musst du mal das nächste Mal mit dem Pinguin wieder pushen. Danke an Wolfs Clan für die 2-Euro-Spinne. Können wir mal zocken? Meine Idee ist... Ach so, zocken gegen Spenden geht nicht. Sorry. Ich mach eigentlich fast... Ich mach momentan sehr, sehr oft Zuschauerrunden. Also mit Team Code, wo ihr reinjoinen könnt. Und dann kann halt jeder reinjoinen über den Team Code, aber ansonsten halt nicht. Ähm, ich gehe mal auf. Ich mache die Cubes. Das glaube ich besser in dem Fall. Das sind immer zwei Stück. Das lohnt sich mehr. Die werden mich leider fighten, so wie es... Ne, die lassen mich in Ruhe. Ne, die lassen mich doch nicht in Ruhe. Ja, ich bin auf Risiko. Der Brock hat mich fast. Aber nur fast. Alles gut. Ich bin hier ein bisschen... Ich bin hier grad ein bisschen unter... Oh, oh, ja. Ich seh's gerade. Oh Mist. Ähm, ja. Schwierig. Oh, deswegen ist natürlich einige... Ja, die... Was? Ich hab fast auch gegen Cards. Ja, das ist schwierig. Die liegen halt so verlockend da rum, ey, ne. Oh, da ist hier niemand mehr. Ja, ne. Ja, aber... Ja, da war noch ein Minen, dass ich hier hingelaufen bin. Es war schon besser da, als nicht zu laufen. Ich konnte leider nicht raus. Ich werde echt krass, bis der ein Bild. Oh, ich hab ihn. Fast. Ah, ein Hit Wasser. Ja, peel up, peel up, peel up. Ja, ja. Ja, das Problem war halt eher, dass ich auch halt vom Brock angegriffen wurde. Ich hätte vielleicht... Ja. Ich hätte auch... Ich konnte nicht hinmoven. Der Brock war direkt dort. Aber trotzdem ist nicht schlecht. Ich meine, ich hab sieben. Das geht eigentlich voll klar. Das ist halt... Aber das Problem ist halt, dass ich sieben hab. Nicht du das. Nicht, dass du sieben hast. No Front. Nein. Ich... Ich bin nicht gestunnt. Sehr gut. Ich muss hin. Ich bin tot. Ja. Ich bin kurz hängen geblieben, leider. Kakemann sieht nicht gut aus. Schade, man. Lol. Sekunde. Ah, ne. Ah, man. Egal. Wir sind bisher sehr, sehr gut vorangekommen. Ja, aber das... Sie hatten... Sieben beide, ja. Wir haben nichts zusammengefunden. Das war das Problem. Da hätte ich halt vielleicht dann doch lieber nicht die Cups nehmen. Aber das kann man halt nie wissen vorher, ne. Letztendlich war es schon gut, dass die... Eigentlich war es gut, dass die beiden Cups bekommen. Ja, wir hätten uns vielleicht ein bisschen besser absprechen sollen. Aber ich wusste auch... Ja, ich weiß nicht. Es war... Es war eigentlich... Okay. Let's go. Also ich geh... Ich geh wieder in die Mitte jetzt. Ich geh mit in die Mitte. Ich hau die... Ich kaufe auf den Bull drauf. Genau. Let's go. Ja, der kann hier nichts machen, der Bull. Ja, doch, doch. Der kann nichts machen. Nee, nee, der kann nichts machen. Der kann nichts machen, der Bull. Okay, ich weiß draußen. Okay, okay. Ja? Ja, Bull wird sterben, glaub ich. Okay, ja. Ich hol mir den Bull. Als Rache. Ah, die kriegt er leider. Fuck, Mann. Ja, wegen der Mitte jetzt. Ja, ja, ja. Salam, Lakin. Ich hab jetzt noch ein paar Hits mitgegeben. Und die Station steht auch. Ist sonst ne gute Ausgangslage für die Runde. Ja. Bin ich jetzt nicht über Grund zufrieden. Ich mach mal ein bisschen weiter auf die Truppe, weil die mich nerven. Ja. Da ist so ein lostes Bull, Jesse. Siehst du das? Ja, ich seh, ich seh. Noll hab ich nicht getroffen. Ja, einmal. Hat die fast. Hab sie. Ich geh noch auf die Jesse. Oh, Loll, das ist in der Box sogar. Nice. Hast du fast gehabt eigentlich. Egal, ich hab noch nen Cube. Gleich gut, okay. Alles gut, alles gut. Die Jesse, gleich respawn, pass auf, gleich respawn. Ja, ja. Die wird noch Ries. Der wird, ja. Alles gut. Der Boast ist alleine. Der ist grad ein bisschen lost da rum. Der steht da. Ja, ja. Ich hab ein Problem. Sehr gut. Pass auf, pass auf. Nicht so aggressiv. Ja, ja, ja. Ah, Station ist da nicht mit der nächste. Ja, ist ja gut im Griff. Die bitte einfach dominieren. Station ist nackt, die von mir eben. Alles gut. Hätten wir auch zusammen bleiben sollen. Das ist immer noch ein bisschen mehr aufs Safe. Ja, ich kann halt außen mit Jackie gefühlt nichts machen. Ja, das musst du auch nicht. Du musst einfach nur, weißt du, bist dafür verantwortlich, dass du die Cubes am Anfang holst. Ja, ja. Und danach abstopst mal ein bisschen und halt mitte hoch, vor allem saves für uns. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich egal, was wir jetzt machen, wir haben eigentlich eh gewonnen. Wie ein Flex. Ja, ist halt irgendwie schon so, ne. Keine Ahnung, was. Ja, wir haben Aussage, wir gehen AFK oder so, ja. Beste Runde, aber wir haben eh gewonnen. Ja, ja. Beste Einstellung. Ey, ich hoffe auch so, dass Lebensraum zurückkommt, ne, mit dem Update. Alter Junge, ich hoffe so sehr darauf, dass Lebensraum zurückkommt. Ja. Na, 766, glaube ich. Ey, wir müssen so weitermachen, also wir haben noch zwölf Minuten, mal schauen. Noch zur Richtung 800 in der ersten. Oh, das wäre richtig geil. Ja, ja. Das wäre ein richtig guter Stand, mal schauen. Ja, ja. Wir sind echt gut geputzt. Danke für den Support, wir sind die ganze Zeit über eineinhalbtausend Zuschauer krank. Danke euch. Sehr, so nice. Also Finale ist wahrscheinlich am Freitag dann, würde ich mal vorschlagen. Mal schauen. Ja, ja. Freitag oder ich könnte vielleicht noch Samstag morgens, aber das dann auch so hart. Stehst du? Ja, das müssen wir nicht machen. Und theoretisch, ja, aber... So, ich geh wieder auf oben. Auf oben. Ja. Das sind zwei, nämlich. Würde ich immer mitnehmen. Hm, ich treffe die nicht so optimal leider immer. Bin ich ein bisschen zu lost für. Zwei gesaved, sehr gut. Oh, sehr gut. Das ist eine Pipe. Okay, die kommt da. Ja, schade, Mann. Ja, ich wusste es nicht, wo ich rauskam. Naja, schade, ey. Ich käme das mal hier. Schade. Ich habe zumindest vier. Es geht in Ordnung. Es ist nicht gut, aber es geht in Ordnung. Die Wurten sind halt immer geil, wenn man so 30 Cubes hat gefühlt. Oh, 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 das ist ein OP-Team. Okay, dann müssen wir jetzt checken. Ja, ja. Jacky Tara, okay. Die dürfen uns natürlich... Oh, das wird mir wegbleiben. Jacky Tara ist eigentlich auch eine sehr gute Kombi, ne? Weil Tara kann halt Mission machen. Ich weiß, die Kombi ist immer besser als unsere Kombi, eigentlich würde ich sogar sagen, ne? Aber egal. Mr.P ist auch neu. Mr.P allgemein ist auf den fast allen Maps halt besser. Außer hier. Ja, wir müssen echt aufpassen. Ich würde sagen, dass er probieren, irgendwo zu campen, so. Keine Ahnung. Ja, ich habe Angst vor dem... Wir müssen uns echt weghalten von der Mitte, ne? Das weißt du, weil... Ja, ja. Und wir müssen uns weghalten von diesem Leon. Ich dachte, er sich wegholt, so. Dann muss ich bei dir bleiben. Ja, alles gut, machst du gut. Gut, dass du es gesagt hast. Du hast ihn ganz aufgekommen. Ich bin extra südgekommen. Ist ein echt ein gefährliches Team, auch wenn ihr nicht so viele... Nice, man. Let's go. Ich habe die Station, das ist wichtig. Ich habe die Station da oben, hier in die Ecke. Okay, okay. Tara, okay, die sind da links jetzt. Die Mitte ist... Oh, nice. Die Mitte ist ein bisschen offen, das ist wichtig für uns. Oh, muss man machen? Pinguin da oben? Ja, da oben ist... Ey, 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 ey! Egal. Wann ist dafür direkt. Schön. Ich will die nächste Station jetzt hier hin. Der Sketch, ich mache das Vision. Ah, ich habe es ein bisschen zu nah an das gute Team. Ja, Max ist jetzt echt total krass. Ja, Max macht echt viel Schaden auch. Wir sind, finde ich, ein bisschen zu nah an dem 7. Okay, nice. Aber die Mitte ist offen, das ist gut. Das sehen wir uns. Da oben. Ja, das muss man auf das untere Team machen. Wie, wir müssen unbedingt auf das untere Team. Ich mache schon die Koffe in die Richtung. Ich kann wenig machen gerade. Ja, wir wollen uns erstmal den wegholen. Okay, nice. Sehr gut, ist nicht... Ja, wir sind Schorder nach so, let's go. Ja, wir sind Schorder, deswegen habe ich gesagt, let's go. Ja, gut. Ja, ich kann aber nichts machen, ja. Ich kann aber nichts machen, ja. 18 AP. Ich kann aber richtig, wirklich richtig. Geil, man läuft. Und damit haben wir jetzt hier 7,73 und sind schon zum ersten Mal über 7,70 glaube ich. Ja, ja. Live Leech oder wie man das schreibt, ist ja bloß nicht im Game. Weil es nicht so oft gespielt wurde? Was? Ach, Lebensraub wurde... Ne, oder? Modes werden immer nach draußen genommen, wenn sie overall nicht so viel gespielt werden. Ja, aber wurde Lebensraub entfernt? Ernsthaft? Nein. Das war mein absoluter Lieblingsmodus. Chat, wie findet ihr Lebensraub? Es war mein Lieblingsmodus. Ja, der Nice. Lol, als ob der nicht oft gespielt wurde? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich dachte, es war halt einfach nur so ein Halloween Special, deswegen. Was? Äh, China Pool. Achso, danke, dass ich sag's. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Ich dachte, wir sind jetzt fast auf. Ich dachte, was ist China Bull? Ja, sorry. Ja, ne, alles gut. Du musst mir mal Rekords geben. Ich habe jetzt fast losgestorben. Mal reinstellen, wie fandet ihr Lebensraub? Aber mal ehrlich zur Meinung, ne? So eine 7 von 10. Für mich war es eine 10 von 10. Ich meine, ich habe im Modus echt gesuchtet. Achtung! Okay, okay. Oh, die hast du fast downed. Okay. Ich will trotzdem nicht von der Mitte fernhalten, okay? Ey! Hau ab! So, der bleibt erstmal weg. Sehr gut. Ja, Max, äh, Max Crow. Hä? Hä, ist der Lost? Wieso sind die so aggressiv wieder auf uns? Mal Gadget an und hauen die erstmal ab wieder. Hm, die Mitte mit den Tara-Dings. Mal schauen. Ich kann jetzt noch ein bisschen Schüsse rein. Die Tara hätte ich fast von bekommen, dann wäre es vorbei gewesen. Ja, Tara hat aber keine Ulti bekommen. Sonst haben wir ein Problem. Ja, okay. Ach, Junge. Oh, das ist echt nicht nice. Oh, das sind die beide Ulti. Das ist echt nicht nice. Das ist gar nicht. Die Hände durch. Oh, das Puschen ist halt beide, ey. Das ist so belastend, die Runde. Ach, Platz 3. Egal, Platz 3 ist. Platz 3 ist, finde ich nicht vieler für die Runde. Ich muss vielleicht früher aufteilen sollen. Keine Ahnung. Aufteilen? Wieso aufteilen? Ähm, ja, dass ich ganz nach oben schnell gehe und du halt unten bleibst. Helfe ich vielleicht machen sollen. Also sau viele schreiben 10 von 10 tatsächlich für den Modus, krass. Krass, krass. Also ich fand ihn auch krass. Ich bin absoluter Lieblingsmodus im Game. Aber ich habe ja auch Takedown gefeiert. Takedown wird ja auch entfernt. Hm. Aber viele machen es auch nicht. Weil nicht so viele. Und die meisten schreiben 10 von 10 rein. Krass. Ne, das ist ja immer so ein geiler Modus. Der zurückkommt dann feierlich. Danke für die Sweetgirl für die 2 Euro spendet. Die Jackie und die Tara waren ich. LOL. Geil. Waren ich und Hübsches Girl. Ihr heißt ernsthaft Hübsches Girl und Sweet Girl? Ja. Ah ja. Die heißt Hübsches Girl und Sweet Girl. Oh man ey. Beste Namen. Beste Namen oder? Ja ja. Da ist man nicht angegriffen wird. Nennt man sich ein Hübsches Girl. Oh mein Gott ey. Hübsches Girl ey. Ähm. 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 Ja. Ja. Hallo. What's going. Ähm. Ja. Sehr gut gemacht. Ja. Ich weiß. Die heißen echt Hübsches Girl und Sweet Girl. Find ich so lustig. Ja. Ja. Oh man. Ah. Nicht so gut leider. Oh no. Sekunde. Sekunde. Ich kann die gut hinten. Sehr gut. Angst haben leider viele Keeps. Nenn mich bald hübscher Junge. Dass ich auch hier paar Prevents bekomme von Mädchen. Hast du es verstanden? Ne. Ich wollte nicht den gehört, dass ich was brauchen zu tun. Nenn mich bald hübscher Junge, dass ich paar Prevents bekomme von Mädchen. Achso. Ja ja. Ey. Aber die dürfen uns auch nicht pushen. Ey. Das Game fängt so komisch an. Was? Die Team gegen uns. Na die wollte ich gerade eben Team. Ich wollte nicht Team. Ey. Die Team gegen uns. Was ist das? Oh nein, 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 nein. Oh. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber, aber. Nein. Ey. Es macht so viel Schaden. Ja ist krass. Ey geil. Wir sind immer noch sehr hoch. Es ist sehr gut gepusht mit der kommen. Guck mal, wir haben jetzt, wir haben jetzt gleich die erste Stunde vorbei. Und wir haben über 50. Ja, aber müssen doch ein Tick höher kommen, ehrlich gesagt. Echt noch ein Tick höher. Ja. Aber wir haben noch 5 Minuten. Also ich will auch auf 850. Es wäre auch echt ein nice Ergebnis. Ja. Aber wenn wir es nicht ganz schaffen, ist auch nicht schlimm. Mal schauen. Wir werden es sehen. Aber 5 Minuten haben wir noch. Und wenn wir das sagen, jetzt noch vielleicht noch 2 gute Runden. Mal schauen. Ja, ja. Das ist erstmal gar nichts. Hab Bock. Ich geh in die Mitte noch mit dir. Ich helf dir. Sehr sehr. Okay, lass raus. Lass raus. Okay. Gut, dass du es sagst. Ja, wie ist das mit Max, bitte? Ist ja auch da unten. Okay. Alles gut. Wir beide 4. Das ist nice. Ja. Willst du aber wieder versuchen, die Mitte zu saven, ehrlich gesagt. Ja. Soll ich die Mitte zu nehmen? Eigentlich ja. Warum nicht, oder? Wenn ich ein bisschen so Dings rein haue. Ja. Ich meine eigentlich, wir haben beide 4, so. Ja. Musst du immer vorlaufen, ne? Ja, ja. Wenn ich dieses Max-Ding von unten... Nice, man. Ey, Jackie ist schon geil, ey. Jackie ist schon nice. Er war schon, aber der war auch Hardkoloss. Er hätte auch Gadget tippen können. Ja, ich weiß, der war Hardkoloss. Er hätte auch schon davor schießen können. So, hier passt die Old. Okay. So, Mitte ist in der Kontrolle, das ist immer das Wichtigste. Mitte ist unter Kontrolle und wir haben beide 5. Ja, Max auch. Ja, die Mitte ist so hoch, das gefällt mir nicht so hoch. Ah, das ist gut. Ist nicht so schön, wie die Mitte auf... Also, klar ist natürlich nicht so gut für uns, aber letztendlich. Ja, ja. Ich hab fast hier Old. Ja. Kann ich ein-hit, wenn es noch nicht... Ja. Ja. Ich hab ein-hit. Station ran. Leute, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir machen fast eineinhalbtausend Likes. Danke euch. Ich weiß, ich weiß, ich soll mich pullen. Ich weiß, ich soll mich auch nicht pullen. Dich oder pullen, gute Entscheidung. Ja. Oh, das Gadget! Oha, 72 Meter, der noch. Nice. Ja, den haben wir. Den haben wir safe. Sehr, sehr geil. Let's go. Seh ich das angst... Ist der noch immer? Ja, da ist wer reingelaufen, glaube ich. Hä? Nee, nee, nee. Kann ich. Nee, nee, okay gut. Okay. Jetzt. Den Rico. Ja, fast bekommen. Ja, nice. Gadget! Let's go, Leute! Sehr, sehr geil. Wieder Platz 2. Ey, die Kombi ist echt nice. Es kommt dreieinhalb Minuten noch, dreieinhalb Minuten noch. Ja, ja. Und seitdem wir die Kombi haben, läuft ziemlich richtig krass. Danke an Amy Mark Alpacas für die 1 Euro Spende. Jetzt kommen wir die ganz, ganz komischen Namen. Also, an der Stelle, wie immer, Leute, gerne auch in der Beschreibung vorbeischauen. Ich habe auch einen Let's Play Kanal verlinkt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gar gerne vorbeischauen. Also, wer es für Let's Play interessiert... Ja, krass, ey. Die Abonnenten direkt von 5 auf 12.000. Easy. Boah, das ist heftig. Ja, nicht durch den Shoutout ganz. Also, 5.000 Abonnenten sind durch den Shoutout trotzdem. Das ist schon sehr nice. Ja, das ist echt nice. Das ist krass, ey. Der Support ist echt heftig auf dem Kanal. Vor allem auch, wie die Folgen aufgerufen werden. Teilweise ist echt krass. Ja, aber auch auf jeden Fall großen Respekt. Ja, du hast ja... Ich habe deine Instagram-Story gesehen. Hier mit Pukis. Du hast ja gesagt, du lädst 3 Videos an einem Tag. Und dann machst du noch 1, 2 Livestreams. Ja, das ist aber nicht jeden Tag. Ist doch ein extremer Tag. Ja, ja. Ich komme so auf 14 Videos aktuell im Monat. Was? Äh, in der Woche. Schon geisteskrank. Ja. Geht eigentlich. Ich mache das. Okay, okay. Und dann kaltest du ja noch ein Video selber, oder? Ja, die meisten, ja. Bis auf 2, 3. Ja, okay. Wenn ich die Station kriegen würde, wäre es halt nice. Ja, ja. Was halt... ja... Gunn Station, Gunn Station, ja, ja, ja. Gunn Station. Cool, das heißt, Back-Ebin kann sich auch Mortis halt nicht so... Ja, ja, das ist halt echt nice. Sehr, sehr geil. Die Station fast gefarmt. Wer ist denn eigentlich in der Mitte? Ja. Ja, das soll jetzt einfach auf Risiko reingehen. Nuh. Dann warte erstmal kurz. Ja, okay. YOLO. YOLO. Oh, Junge. Minen! Ich bin am Leben. Mein Kommentar wie der On Point. Minen! Ich bin am Leben. Ja, das kommentiere ich immer. Minen! 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 Ah, gute Minen für uns. Sehr nice, gellst du? Ja, ja. Oh, leider kann ich mir jetzt vorausgehen. Ja, das ist aus dem 8, das ist auch nicht so nice. Oh, get it, get it, get it! Oh, das ist nicht so nice. Erstmal healen sollen, glaube ich. Ich habe fast nicht mit dem Stirn im Applefeld. Oh, nee. Ich habe gerade ein Problem. Nice. Oh, nice man. Ich habe irgendwie... Oh mein... Ja, wieder Stun. Ähm... Ähm... Ja, ich werde sterben normalerweise. Ja, ja. Ja, ja. Und zwar nicht gut von mir. Ja. Ich bin 10 Sekunden zurück. Wie lag das denn nicht? Oh, sehr, sehr geil. Ja, Leon, danke. Ihren Mann. Ich bin 7 Sekunden zurück. Ah, wenn der jetzt halt healt. Jetzt auf uns bleiben, haben wir ein Problem. Ich versuche, dich so ein bisschen fernzuhalten hier von mir. Was? India, bis Leben noch 5 Teams? Ja, ja. Bruder, wach! Okay, die muss halt weg bleiben. Lass mal den Coder umputzen. Ich will kurz, ich will kurz, ich will kurz. Ey, nein! Oh mein Gott, Platz 2. Äh... Schade. Aber der ist auch noch respawnt. Egal. Ist egal, ist egal. War trotzdem nice, Runde. Komm. Okay, David ist jetzt aber leider die erste Stunde vorbei. Wir haben auch 75 gepusht. Genau. Es geht, es geht klar. 75 Trophies. Und wir haben jetzt auch noch gute Kompos. Es kann schon werden. Also Ziel wäre halt 850, wenn es ganz krass laufen würde. Und ich halte es schon für möglich, wenn es so weiter läuft. Mal schauen. Okay, wirklich. Ist so stärker für den Cube für uns. Und ich gehe nach oben. Ich kann dir helfen gleich. Hier ist halbisch noch flüssig. Ja, aber leider sind die Cube schon weg. Ja, ja. Die Boxen sind auch noch im Bus mit Tara. Die sehen uns halt auch. Die ist rausgelaufen. Okay, wichtig. Die ist rausgelaufen. Oh, lol. Das sind Cubes. Ich gehe mal. Ich versuche mal rein. Ja. Ach, schade mal. Der Mörter, der Mörter. Ja, ja. Ich sehe es. Ich hole mir erstmal raus den Mörter. Ja, der lebt noch. Ich habe den Mörter rausgenommen. Okay, wir haben auf jeden Fall mit Kontrolle. Das wäre wichtig. Ja, ja. Ich weiß. Ich bräuchte vor allem jetzt die Station. Das wäre jetzt halt auch vor allem wichtig. Ja. Oh, ich habe nochmal Hits gemacht. Ich habe es glaube ich. Ja, ich habe eben. Ich habe jetzt auch ein paar Hits abbekommen. Das geht klar. Das ist Crawley und ohne Powerops ist gut. Mhm. So, letzte Stunde läuft Leute, ne? Wir haben noch 59 Minuten. Dann ist, ähm. Dann wollten wir mit dem Pushen. Wir müssen uns auch nicht genau an die Zeit halten. Aber ich wollte so ziemlich genau zwei Stunden pushen. Ich meine, ich will es auch nicht ewig pushen. Deswegen. Oh Leute, das ist ein Gadget? Ist das richtig? Ja, das ist eh down. Oh mein Gott. BTF. Pilepack einfach gesniped plötzlich. Pass auf. Geht er weg. Geht er weg. Geht er komplett raus. Pass auf. Soll ich komplett rausgehen? Ne, okay. Mach wie du willst. Ich komme gleich in einer Sekunde zurück. Zwei, eins. Ich komme gleich zurück. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben einfach das beste Team. Oh, du hast das beste Team überrollt. Ich hab gesagt, lass nicht rausgehen. Ja, ja, du hast es gut gesagt. Aber es waren echt Risiken. Wir bleiben drin. Ja, wir bleiben drin, Leute. Oh mein Gott. Ich, ich, ich. Es war ein Risiko auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall ein Risiko. Aber als da noch die Upipa gejumpt ist. Ja, ja, stimmt. Du hast recht, ey. Jetzt voll rein. Jetzt voll rein, Digga. Oh mein Gott, ey, das hat sich echt ausgezahlt. Ja. Pinguin. Manchmal muss man Leben riskieren, Jonas. Ja, aber zu viel Risiko ist auch gefährlich, ne? Du weißt. Ja, ja. Ja. Sehr, sehr geil. 87. 84. Komm, so wir in die erste Stunde. Eine Stunde haben wir noch. Wir sind da unten rechts im Counter, ne? Wir haben jetzt noch 48 Minuten. Boah, das ist wieder ein guter Start, glaube ich. Ich bleib mal bei dir dieses Mal. Ja. Und hau mal die Koffer hier raus. Ja, okay. Wo ist sie hin? Da, glaube ich. Da oben. Okay. Die ist auch rausgelaufen. Die sind alle raus, glaube ich jetzt. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Und auch gehen. Doch nicht nice, doch nicht nice. Ja, okay. Schwierig. Okay, jetzt war es richtig. Ich weiß, sie haben sechs Power-Ups. Ja, ja, das Team ist. Oh, lol. Sekunde, vielleicht kann ich sie irgendwie ärgern. Ach, das ist doch ein anderes Team, lol. Okay. Das ist ein anderes Team. Dann zwei Team-Sechse, oder? Ehe, ich lass mich. Oder? Aber die werden gerade gepusht. Bleib mal dran. Die werden gerade gepusht. Ich kann wieder irgendwie was machen mit. Ja. Ja, ist schwierig. Du kannst halt nicht mir nicht helfen. Das ist halt das Problem. Ja, wenn er halt zu nah kommt, ja. Hm. Ja, es bleibt nicht optimale. Pam in der Mitte. Ja, war nicht optimal. War ein bisschen schade. Ich hab halt keinen Cube auch gehabt unten. Das war eher das Problem. Das sind wir jetzt auch vier. Und das fünf vielleicht, ne? Das weiß man. Ja. Geil ist immer, wenn ich unten zwei Cubes kriege, und du dann auch noch welche kriegst. Das ist ja okay. Wenn ich nicht gestorben wäre, hätten wir wenigstens beide so drei. Und wenn sie nicht gestorben wäre? Na, sorry. Nein. So, ich war kackt gerade. Ich hätte keine Witze machen sollen. Nein, das ist Karma. Zehn. Neun. Ja, der Pinguin ist am Start. Ich bin in sieben. Oh mein Gott. Der hat elf. Ja, ich weiß. Lass mal eine Station in Ruhe, Pam. Ich kann nur um eine Station denken. Meine arme Pinguin Station. Oh lol. Alles gut. Oh, nice. Ich hab ordentlich getroffen. Ich bin in der nächste Station. Oh ne, das ist die älter Team. Jaaa. Was? Ja, ich muss eigentlich jetzt nach oben pushen. Das ist schwierig, weil da oben... Ich bin down. Ah, wahrscheinlich Platz vier. Das ist echt belastend. Ne, ne, ne. Schade. Ja, das älter Team war auf uns, ne? Der Start war halt echt belastend. Aber das war aber lucky. Ach, Mann. Die Stunde hat nicht so gut angefangen. Egal. Am besten wäre ich wieder ein Win. Also, ich würde halt echt die 58 schaffen. Wir bräuchten 75 Trophys dafür in dieser Stunde. Ja. Am besten mal ein paar Wins in Folge oder so. Danke an ein NickelFlunder29 für das Abo. Vielen Dank. Interessanter Name. Es ist gerade echt ein bisschen warm. Ich muss mein Pulli gleich mal ausziehen. Ich bin viel zu warm gerade. Das ist die Anstrengung. Ja, ja. Oh, der Start. Okay, dann versuche ich mal unten den Cube zu saven. Zumindest. Oh je, oh je. Das ist aber ein trockener Start hier. Kriegst du wenigstens was? Ja, ich krieg wahrscheinlich 2. Oh, da oben ist auch ein Crow. Den kann ich vielleicht grad fighten. Den Crow. Nice, Mann. Ich hab noch Cube, genau. Bin safe in der Mitte. Nice, ich komm mal zu dir. Sehr, hast du... Äh... Ich hab schon ein Meteor auf mich. Weil ich davon ausweichen. Der hält mich low, leider. Der hält mich echt low gerade. Ich muss jetzt hier weg. Das ist aber eigentlich so nicht passiert. Ich muss zurück pushen. Ich hab noch mal ne Station. Dann kann ich eigentlich... Ja, du musst immer deine Station fahren. Wurde ich killen einfach. Die ist eigentlich lost. Die ist eigentlich echt lost, ich weiß. Die dürften eigentlich überhaupt nicht gefährlich werden. Ich hab ihn. Nee, nee. Das heißt, die killen dafür, dass sie uns hier angefightet haben. Ja, ja, egal. Lass mal wieder in die Mitte gehen, würde ich sagen. Oder? Ja, okay. Ich muss aufpassen. Das Gadget ist auch nicht angewendet. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Aber er hat keine Stunbeen, oder? Hm. Da kann ich mal ein Assistation. Digga, dieses Team juckt mich. Die macht mich aggressiv, ey. Die wollen's echt wissen, ne? Mit null Cubes und dann so Auge machen. Ich kenn die, ich kenn die. Lass mal auf das Team, oder? Ich meine, die ist total lost. Die ist fast down. Die ist fast down. Die ist fast down. Der eine ist wieder down. Ich hab noch nen Cube. Ich hol mir den Cube noch. Na, lost. Der hat mich noch gut gehetet. Äh, ich hab ein Problem mit Tara mit Ult auf mich. Oh mein Gott. Ich überlebe es letztendlich. Wirklich, dass du gekommen bist. Ja, klar. Ich hab... Ich wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit nicht von mir weglaufen. Ja, wir hätten grad zusammenbleiben sollen. Das war gar ein Fehler. An sich war's gut, dass wir das Team gefokust haben. Ja, nee. Ich wollte die Tara auf. Die ist halt weglaufen. So. Okay. Lass uns auf den Brock noch, äh, die Tara noch gehen. Dann haben wir das. Ja, ja. Jetzt kann ich die Sketch nicht aktivieren. Ja, ja. Oh, Lea noch nen Start. Auch noch irgendwas im Nichts gekommen. Ja, ja. Ey. Genau. Lol. Ich hab... Respawn. Ich hab... Respawn. Pass auf. Nicht, dass sie nicht weg, Leute. Hol dir nicht weg, Jonas! Ja, hab ich gesehen. Nein, Mann. Ja, ich hab mich getackt, dass es ein Tara ist. Ich hab nur jemanden Respawn sehen. Okay, okay, okay. Ach, ne. Friskarteipoli ausziehen. Das war offiziell die Lost-Aktion des Tages. Ja, das stimmt. Aber von mir auf. Von mir auch. Von mir auch. Also da ist halt... Es hat immer zwei Trophäen, die wir haben liegen lassen. Aber es gibt Schlimmeres. Es ist nicht so viel. Ja. Ja. Ja, trotzdem war es schon ein bisschen Lost. Ich hätte auch noch mal Lost reinschreiben. Reaktion. Komm, das hab ich mir verdient. Ich war im Gift, ist fast gestorben. Hat dann noch seine Ulti bekommen. Oh, Mann. Ja, ich hab's gesehen. Das war ein bisschen anlackig. Oh, ich hol wieder die beiden Cubes aus. Mal safe. Okay, da oben kommt, glaube ich, ein Crow. Oben rechts. Ja. Nein, mach das Auge. Okay. Ich geh erstmal weg. Alles gut, alles gut. Das war nice. Ich hab auch richtig gut meine Ulti fahren können, die waren Lost gerade. Aber ich hab auch noch ein bisschen Ulti. Naja, passt. Weil ich die gefunkte hab. Fast die Station ist jetzt wichtig. Kann ich das eh gekriegen. Kann ich das nicht kriegen. Schade. Ich hab die Ulti fast bereit. Darum ist auch ein Crow, dass ich immer gepusht bin. Nice. Die Station. Sehr schön. Okay. Am besten natürlich irgendwie in die Mitte gehen. Das war halt ganz nice. Die Mitte ist auch relativ machbar. Ich weiß, oder? Was musst du sagen? War da ein gutes Team am Anfang? Ähm. Ich weiß nicht genau. Nein, lass mich jetzt nicht separieren. Am Ende wären wir jetzt Platz 5. Deswegen. Ich geh einfach mal rein auf Musik. Ich glaub wir sind safe. Ich glaub's auch. Aber lass mal wirklich alles abchecken. Ja. Ja. Im U-Bahn heißt es hier auf jeden Fall safe, safe. Okay, okay, okay. Safe, safe. Mhm. Ist richtig. Okay. Ich mach gleich Ratchet an. Nein! Zu spät. Schade, egal. Ich mach nicht mehr. Oh nice. Hier hab ich fast. Da kommt noch Max mit 7 Power. Von unten? Ja, ja. Hab's. Hab's. Hab's nicht ganz. Ich treff sie grad irgendwie nicht. Ja, die pushen grad von unten. Sie haben jetzt 9. Ja, da ist auch das andere direkt. Genau. Ja. Ah, ja. Da ist nämlich andere. Okay, das war's gut. Schön. Das war schön gemacht. Jetzt sind wir direkt auf 2. Jetzt müssen wir's eigentlich... Vielleicht ne Station nochmal. Oh lol! Ne, ne, ne. Ja, ne, ne. Das wird schwierig werden. Ja. Aber alles gut. Doppel Max ist ja auch... Ja. Ja, ja. Ey. Haben die durch... Wir haben das geschafft durch Autosuch, oder? Ja, ja, ja. Genau. Einfach mit fernen MCQ. Genau. Ja. Ist auch gar nicht unfair. Nee, ist nicht unfair. Doppeljack hier in der Mitte wär auch nice. Ja, das stimmt. Hm. Zwei Cubes. Let's go. Lightback Max. Ja, ich würde mich noch treffen sollen. Wollen wir so los. Egal. Das sind einfach die Mitte saven. Ja, wir können saven. So los. Hm, die pushen so... Warum pushen die wieder? Mit zwei Cubes ist so los, bitte. Ist wieder ein Doppel-Max Team, hab ich gesehen. Das sind die einzelne... Oh, nice. Sehr geil. Da unten ist so ein lostes Doppel-Max Team mit zwei Cubes. Wie weiß. Oh, die da oben sind gar nicht los. Da müssen wir aufpassen, oh je. Ich kann doch nichts machen. Nee, 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 ich kann doch nichts machen. Pass auf. Oh, let's go Tobi. Sehr, sehr stark. Schade ist nicht nur Max- Oh, ist egal. Ich muss das safe gehen. Ja, ja. Oh, ist station noch. Ich muss aber noch das holen, dann bin ich gleich zurück. Ja, ja, mit elf Cubes hat man nicht schafft. Ja, ja, easy. Leute, es läuft richtig gut. Wir kommen richtig krass so ran. 49 Minuten haben wir noch. Bis... Lockt die meiste vorbei. Ah. Achso, ja, mein Fehler. Ich weiß, was du meintest. Ja, ja, mein Fehler. Ja, aber die haben irgendwie gar nichts vertränkt. Ich hab die Max relativ laut. Ah, relativ laut. Ah, relativ laut. Ah. Na, ist schwer. Ist auch egal, wenn du plötzlich losst. Wollen jetzt erst auf dich drauf gehen. Ja, komm. Geh mal ran hier. Geh mal ran. Ah, schade, der Meteor war so anlack hier, ne? Ja. Ja. Ne, egal, ich bin zwei Altegarten zurück. Ach, der Meteor einfach, ne? Ah, wenn ich so wenigstens Station rausbekommen hätte. Ja, ich war da keine gute Hilfe, ich weiß. Schade. Ich mach'n schade. Ja, ja, alles gut. Das war jetzt auch nice. Weil ich Speed haben. 798. Das ist nice. Das ist richtig nice. Wir machen weiter, Leute. Und mit dem nächsten Win hätten wir... Okay, was ist dazu? Ich hab' mir 800. Come on. Ach. Drei, sehr gut. Komma. Hier, nice. Da ist ein Boat drin, seh' ich. Okay, Boat. Boat, aber krass. Okay. Boat. Ja, ja. Ja, ja. Unangenehm. Komm, die können halt alles sehen. Ja. Da kann man nicht sagen, dass die irgendwie überraschen können. In der Mitte zumindest. Aber 6 Clubs sind eigentlich OP, aber schwierig trotzdem. Das Ding ist halt aus und sind die halt mit der kommen und nicht so stark. Du musst halt alles regeln, so. Wenn die halt gegen zwei Fan-Kämpfer spielen. Ja, ich weiß, dass sie mir unterzollen. Eigentlich halt zwei gegen einen. Oh, Junge, nee. Das wär' ein Hit gewesen. 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 Ich bin in neun Sekunden zurück. Ja, das... Ich kann ja nicht. Boa. Ich kann ja nicht. Boa. Ja, kacke. Also, wir da als Platz vier geworden sind. So lächerlich. Und dann nur, weil dieses eine Team... Oh, die sich noch dumm drehen, ey. Ja, das war halt genau das, was ich gesagt hab. Wiesen... Du bist zwei gegen eins, so. Ja, das war echt lächerlich mit Sex viel zu rauszufliegen. Ja, ja. Oh, wow. Das hätten ja auch irgendwie in der Mitte chillen sollen. Na, die haben halt auch welche. Keine Ahnung. Hm. Warte mal. Ich geh mal nach oben. Was machst du? Ähm... Ich war nur zwei in der Mitte. Okay. Alles gut. Und dann in der Mitte ist ein Bull. Da war noch ne Jacky, glaub ich, drin. Passt... Noch ein Bull Call. Bull Call, glaub ich. Pass auf, pass auf. Ja, ich geh safe. Oh, da war einer. Ja. Der Bull ist da links. Ja, ja, ja. Der kommt auf dich zu, glaub ich. Ja, aber ich laufe mal in die andere Richtung. Ja, so. Okay, ja. Ich bleibe bei dir. Ja, der ist hier, der ist hier, der ist hier. Ja, nice. Nein, noch nicht. Oder doch, nice. Ja. Ja, ganz knapp. Der Call hat fast wie Spawn. Oh ja, das war natürlich, aber wäre noch zweit gewesen. Das war gut. Ja, okay. Das ist aber Pro. Oh, 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 oh. Dann lassen wir es team pushen. Das ist echt, lust. Da mit einem Einser-Search. Aber zack. Ne Modus, den kriegst du nicht. Die Wunder müssen wir save spielen, haben wir das. Ey, da gibt es ein Gadget. Ey, das ist so nice, das ist so seltsam, wenn man diesen Pinguin wieder aufhielt, ich liebe es ey, ey, jetzt warte ich kurz ab, dass das Ding schöne Tags macht und dann wieder full life, oh aufpassen, das hätte noch gefährlicher werden können, als ich dachte. So dumm wie vorhin die eine Runde ging, das ging es im Leben. Wieder Platz 1, das ist sehr nice und damit sind wir jetzt hier bei 800 Trophäen, das ist schon sehr nice, was sollen wir jetzt sagen, 800, let's go. Und damit haben wir jetzt insgesamt plus 1 an der Trophäen gemacht, ne, in 1 Stunde 15, das ist echt nice. Und wir gehen auch auf die 2000 Likes zu, vielen Dank, wie immer natürlich, wenn ihr Bock habt, gerne ein Like da lassen, Leute, für das YouTube Ranking. Wäre nice. Okay, ich bin schon mal ein Cube, ich kann nicht mehr kriegen. Ja, ähm. Oh, der Stahl ist... Oh ne, der Rief hast du ja. Ne, ich bin grad irgendwie auch in der Rief hast. Ne, ich bin grad irgendwie auch in der Rief. Oh, wie tief. Ich glaube, der nicht nachlässt. Ich hab noch ganz viele Hits mitgegeben. Ich bin auch fast down. Okay. Der Problem halt, Tara und Bibi waren in der Mitte. Und ich kann auch nichts machen. Alles gut. Ja, das ist ein schwieriges, schwieriges Match. 7 Q, oh, die haben beide 8, okay. Von denen müssen wir wegbleiben, die haben beide 8, siehst du es? Ja, wir müssen allgemein dann weglaufen von denen. Wir müssen... Ja, gut. Ja, schwierig, ne? Das meine ich noch 20 Minuten. Das ist unbedingt weg. Na, wenn ihr Päscher haben, wenn ihr Träter ist aber... Irgendwo, minus 1. Oh, minus 1, nein. Jetzt bin ich die Phase wieder. Ja, ja. Ich hab auch das Gefühl, wir werden Träter. Ja, warte, abgeholt ist safe? Ja, ich geh nach oben. Ich kann noch ein bisschen überleben. Ich glaube, es ist noch nicht... Ich glaube, die haben gefeiert jetzt. Ich würde gegen das Team. Oh, yes. Let's go. Sehr nice. Ja, jetzt fängt auch die Phase an, wenn wir hier nur noch plus 6 bzw. plus 7 bekommen. Ja, ist aber nicht schlimm. So ist der trotzdem. Ja, ja. Es läuft trotzdem gut. Sehr nice. Ja. Kannst du deinen Club öffnen? Achso, ich bin im falschen Club. Ups, ich muss wieder zurück am EIN erstmal gerade. Gut, dass du es sagst. Der Club ist eh nur für Testspieler gewesen. Na, okay. So, eine Sekunde. Gut, dass du es sagst. Ja, als ich immer noch im Club bin. Er ist live. Er zockt mein Tobi. Ah, ja. Warum, Jonas? Er ist cool. Egal. Find ich doch. Ist nicht cool. Der Chat ist nice. Wenn ihr den Zauberer Barley in die Trainingshöhle nimmt, die Ulti auf den Roboter macht und wenn es brennt, müsst ihr auf die Steuerung. Bier. Biten. Was ist das für ein Chat hier? Mein Papa hat mir heute Sonic gezeichnet. Nice. Jungen, der Chat ist zu wild. Ich flippe gleich aus. In der Chat sagst du? Yeah. Das ist nice, Bruder. Oh, sorry. Ich muss jetzt hier den Chat mal aufhören zu lesen. Meine Schw... Mann, meine Schwitsch ist gefreezed. Mit der Chats. Meine Schwitsch ist gefreezed. Ich hab... Ich hab gar keine Schwitsch. Oh, Mann. Ich hab ne Schwitsch. Ja, Tobi, Mann. Voll low. Ich hab ne Schwitsch und ich hab keine. Ist das der richtige Club? EAN? Oder gibt's noch nen Klössrang? Keiner, vielleicht... Sicherst du das jetzt noch von deinem Fake-Club-Try? Nee, 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 nee. Das ist der richtige. Ah, okay. Ich glaub, das ist der richtige. Kalter O-Soft ist auf Platz 1. Ich glaub, das ist der richtige. Keine Ahnung. Meine Schwitsch ist gefreezed. Warum Schwitsch? Warum wird das ein... Ist es Autokorrektur? Oder war das ausgesehen? Keiner. Oh, Sekunde. Äh, Akku erstmal. Sorry. Wer kennt es auch, Leute. Wenn eure Schwitsch wieder gefreezed ist. Schreibt es in den Chat. Let's go. Wer von euch hat ne Schwitsch? Kann man mal gerne reinschreiben. Was hast du denn, Tobi? Hast du auch irgendwas? Irgend so... Ich kann's mir noch nicht leisten. Nee. Leisten wahrscheinlich. Kannst du dir... Ja, ja. Keine Konsole, mein ich? Ich hab keine Konsole. Ich hab auch keinen Fernseher. Kein Fernseher? Oh, rip. Ja. Ja, ich hab... Ich hab nur einen PC. Ja. Und zwei iPads. Get flexed. Okay. Aber ich hab keinen Fernseher. Ich muss mir auf jeden Fall mal einen Fernseher kaufen. Ja. Als ob du keinen Fernseher hast mit dir. Ja. Da hab ich doch nicht wirklich gebraucht so. Ich wohne schon seit zwei Jahren. Aber gut. Also ich bin wahrscheinlich ne Hardcore Ausnahme. Ich bin halt ein Nerd, Jonas. Naja. Oh, die Shelly. Oh, Shelly. Ich seh's. Ja, und darum ist alles so dumm wieder. Ja, ich bin auch nur Shelly. Bester Brawler. Nein! Nein! Alles gut. Glück gehabt. Gutes Safe gegeben. Gutes Safe gegeben bin. Ich hab fast einen Dicksonaren gelaufen. Ja. Einige haben eine Switch. Krass, ey. Ja. Also ich sage jetzt Real Talk. Ich find ne Switch schon sehr sehr nice. Ja, schon lieber. Aber echt. Also ihr müsst wissen auch zum Beispiel. Ich hab mir die damals zusammen mit Lukas gekauft. Weil die uns echt zu teuer war damals. Alleine. Also mit Kollegen Switch spielen. Oder allgemein. So PS4 ist echt sehr sehr nice. Aber das mach ich halt meistens eh, wenn ich bei Kollegen bin. Verstehst du? Deswegen brauchst du das nicht unbedingt selber. Ja. Ich müsste eigentlich echt mal Lukas den Anteil zahlen für die Switch. Ich benutze die die ganze Zeit nur alleine. Die ist seit dem Jahr bei mir jetzt inzwischen. Aber die hat eh keine Zeit zum Switch spielen. Ja, die hat sich schon gelohnt muss man echt sagen. Die Switch. Ja. Kann ich mir vorstellen. Die ist echt nice. Hat Mario Kart vor allem und so. Spiele ich ja ganz gern. Ja. Mario Kart ist echt nice. Ja, ja. Aber Gene hat Pool. Also wir sollten... Ja, wir müssen uns... Mario Kart ist echt nice. Aber Gene hat Pool, ey. Ja, Jonas bist du wieder der Ablenker, ja? Also ich bin jetzt der Ablenker, okay. Ja, jetzt bist du der Ablenker. Achso. Jetzt bist du der Ablenker. Schon eh. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ist da noch ein Push? Äh, die werden jetzt das Auge machen. Pass auf. Ja, voll. Ich will ja. Ja, ich will ja. Ja, ich will ja. Ja, ich will ja. Ja, ich will ja. Schöne Ziel. Ja. Mach mal deine Stations. Ja, wo du das sagst. Ja, ich will grad welche drücken. Kacke. Top 3. Die nur noch wegkriegen. Die müssen ein bisschen pushen. Ja, super. 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 Ja, super. Ja, das would demustrad, mein Gut. Weil die werden uns trotzdem pushen, ich mach jetzt hier nach oben. Ja. Ja. Ja, es war ein Versuch wert, ich habe es versucht, schade man. Leider Platz 3, miese Sache. 805. Aber wir kommen gut voran, ich meine, wir haben noch 22, nee, das ist lediglich. Der ist ein Countdown. Noch 38 Minuten haben wir. Bis zum Ende vom Push wollten wir. Also, mal schauen. Also, der Push auf jeden Fall noch mindestens bis zum Ende des Countdowns. Ich würde sagen, wir machen genau so bis zum Ende des Countdowns. Wir schauen mal. Wir schauen mal, Leute. Let's go. Auf geht's. So, ich gehe nach oben rechts. Ich glaube, jetzt ist auch niemand. Tara ist da rechts. Der Team-Mate ist nicht im Push. Der Team-Mate war Leon. Der ist nach oben rechts gelaufen. Ich save zwei Cubes schon mal. Ich komme zwar nicht zu dir, okay? Ja, ja. Oh, nice, 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 nice. Das haben wir sowas sieben. Also, ich kann das vertrauen. Gut, dass du es sagst, wenn ich kriege. Ich habe ja jetzt sieben. Ja, ich wollte es mal anmerken, ey. Oh, 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 da ist noch einer drin. Egal, da sind es auch... Oh, jetzt... Oh, ja, 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 da sehe ich mich. Da sehe ich mich sehr, sehr... Egal, die Runde ist geil, Mann. Ey, es läuft so... Jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, wir könnten echt mit der Kombi sogar auf 1K pushen. Ja, ich glaube, die Combo ist echt sehr danach. Stimmt, ja. Ja, wir pushen so gut gerade jetzt mal ohne Witz. Also, wirklich. Zack. Oh, jetzt auch das... Der wütende Pinguin, sehen die an. Da kann die Tara einfach nichts machen. Ja, Mr.Pick grauen da Tara eigentlich auch. Das ist sowas so auch. Achso, oh, gutes Wissen. Okay. Ja, natürlich. Ey, mein, das ist echt so. Aber halt so, du weißt, was ich meine, oder? Ja, über die Range, ne? Ja, ja, über die Range, du kannst über Mauer schießen und so weiter, ja. Ja. Ach, war das Gadget schon wieder los. Die müssen wir uns holen noch. Sorry. Jetzt war es gleich das Gadget hier ran. Gadget! Jetzt in der Pinguin-Zeche. Ich liebe den Pinguin einfach, das ist so nice, ne? Wie er da vorne geht, die killt, hochgehealed wird und dann sich umglitten auf die nächsten Gegner drauf geht, das ist so nice. Und Doppelcrawler auch interessant bekommt. Du hast noch eine andere Frage, hast du noch Lust mit Platz 1 im Welt ein Video zu machen? Ach, lol, ja, auf jeden Fall. Ja, weil jetzt jemand anderes Platz 1 oder dem... Jaja, lol, du meinst, ah, gute Frage. Ja, safe. Platz 1 der Welt Video, Chat, würde euch bestimmt auch interessieren, oder? Mal so eine Duell oder so. Ja, gleich, fahr nach ein bisschen an, weil ich möchte mit ihm auch noch ein Video machen. Deswegen können wir es ja kombinieren. Du kannst das Video mit ihm aufnehmen, weil ich schreibe ihn dann einfach zusammen an, checkst, was ich meine. Okay. Ja, gut, das wird das Matchmang auch klein bisschen länger. Mhm. Ist ein gutes Zeichen. Ja, ja, ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, wir sind Gras. Mhm, mhm. Das bedeutet, wir sind Gras. Ist hier nach oben. Ja, ey, man. Vielleicht auch, die spielen jetzt alle hier so Tara und so, oder? Schleckombies. Mhm. Und der steht auch, wie immer, gerne schon mal ein Like auf dem Streamer lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir haben inzwischen auch, oh, ich muss auch was sagen. Wir haben inzwischen auch, oh, Tobi. Ja. Ich hole noch einen Cube außen, oder soll ich? Oh, da ist keiner mehr. Na, ist okay, ist okay. Okay, okay. In der Mitte ist Tara und Bo. Doll. Ähm, hol die weg! Ja! Okay, richtig. Ups. Das ist ja fast schiefgegangen. Schade. Da ist jetzt ihre Ult auch fast aufgeladen. Das ist ein bisschen nervig, aber egal. Ja, egal, egal. Naja, hauptsache, wir leben beide. Das ist schon mal eine andere Dame. Ja, aber ich sind aber gut. Wir sind in der Mitte und haben sie einen Power. Oh, da oben. Ja, da oben. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Da habe ich mir direkt meine Ult drauf. Ich kriege jetzt mal eine Ult auch direkt. Das wäre jetzt wichtig. Ja, ja. Ich scheine. Oh, Trader Crow, sehr nice. Ja, ja, nice. Das heißt, er ist da rum? Ja, ich push ihn, ich push ihn. Er wird nicht weghauen. Er wird wegfliegen. Okay, er wird doch nicht wegfliegen. Er ist los gewesen, keine Ahnung. Oh, nein! Aua! Jetzt fliegst du hier weg. Alles gut. Ich sage gleich meine Ult rein. Ja, ja. Jetzt. Okay. Hm, ja. Aua! Okay. Alles gut. Die letzte halbe Stunde für heute läuft, Leute. Und wir haben jetzt schon mal die 819 Trophäen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Komm echt gut voran. Let's go. Ich bin nur ein bisschen müde heute. Ja, ich sage dir, ich habe heute bis 13 Uhr geschlafen. Ich habe es echt gebraucht, sage ich dir. Du weißt, nicht immer bis 13 Uhr? Normalerweise. Und? Aber heute habe ich dir gebraucht. Ja. Zu wild. Oh, Mann. Normalerweise. Wenn ich sagen muss, jetzt viel Talk. Normalerweise schlafe ich so bis 10, 11 Uhr. Manchmal. Ich wollte öfter erst mal bis 13 Uhr. Da hast du recht, ja. Aber die letzten paar Nächte habe ich nur so 4, 5 Stunden geplänt. Deswegen. Okay, nice. Aber ein Unboxing zu deinem Merch hochgeladen. Freut mich. Ich mache auch bald ein Unboxing zu deinem Merch, Jonas. Echt? Du kommst dir dann auch an und kommentierst. Äh, nee. Das ist aber gemein. Ja. Ja, schade noch nicht. Was gehabt. Ich kann probieren, ob ich das nicht kriegen könnte. Ah, komm. Ah, ein Hit. Ach, jetzt gibt es ja noch mal zwei Cubes. So ein Lacker, ey. WTF. Oh, ein Hit wäre es gewesen. Achtung, der Bow, der Bow. Oh, das muss ich nicht ein Sandwich werden, ja. Na, das macht rausgehen da. Der Spike, ich hasse ihn. Der hat auch cool gemacht. Ja, nee, der Typ, der war fast down zweimal. Und dann hat immer wieder Cubes bekommen. Ich hasse ihn dafür. Schlecht ist der Brawler Spike. Die machen wieder so Augen, ne? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich einfach, weil du Jackie bist. Alles gut, jetzt. Oh, da ist auch noch ein Team. Oh, nee, da ist kein Team mehr. Der war ein Team. Er hat jetzt noch mal ein Gadget an, dass er mal ein bisschen Druck bekommt hier. Der ist down. Der ist down. Ich kann es hier. Ich kann es selben. Ich habe mir sehr gut sechs Acups. Wichtig. Da unten ist Chucky. Die wird eh gesandwiched. Der ist immer schon auf. Ja. Mein Speed nicht weiß, denn die wird ja hier. Ja, wir haben auch eh hier gerade. Ach, lol. Respawn. Oh, was ist denn das für ein Team? Ich muss gar nicht. Wir müssen eigentlich ein fünfer Team. Warte mal, lass mal in die Mädchen. Ich bin tot. Der war das Bike. Keine Chance. Gut, richtig. Okay, der sollst du... Ich bin sieben Sekunden zurück. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wichtig, sehr gut, Tobi. Stark. Gutes Movement. Ich bin zwei Sekunden zurück. Einer. Kein Speed mehr. Ich bin jetzt zurück. Die werden mich killen, natürlich. Also sind absolut lost. Okay, okay, wir sind top 3. Wir sind top 3 zumindest. Ah, nee. Der gehe nicht auf uns jetzt. Ah, das ist free kill fast. Drei Sekunden. Eine Sekunde, ich bin zurück. Okay, lass ihn die Cubes ein. Äh, wenn die Ere machen, schieß, schieß mal nach oben. Das wird jetzt auch nicht gehen müssen. Ey, wenn du kurz belebst. Nein! Oh, es ist so knapp. Ah, es war knapp, ey. Ich habe leider die komplette Welle erwischt von Bode. Das ist so wichtig gewesen. Ja, ja. Schade, man, Leute. Schade, schade, schade. Danke euch mal für über 1.800 Likes. Vielen Dank, Leute. Wie gesagt, wir gehen auf die 2.000 Likes zu. Würde mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr neu am Start seid und keine technischen Brows des Videos oder des Streams verpassen wollt, gerne noch abonnieren. Die neuen Abos werden immer oben rechts eingeblendet. Oh, noch gerne bei Tobi vorbeischauen. Der ist auch wie immer in der Beschreibung verlinkt. Ja, ja. Okay, schön, Tobi, schön. Ich versuche uns jetzt zu helfen. Ja, ich will schon ein bisschen selten. Oh, SRP ist auch noch in den Start. Oh, die machen leichten, die ist auch gerade. Ja, okay, okay. Glück gehabt, ja. Die haben echt noch ein gutes Service hier vorläuft. Ja, ja. Ja. Jetzt werden die gut gepusht. Ich treffe halt schlecht wieder gerade. Oh, das habe ich zwar nicht so schlafen. Ja, ich habe nicht mehr die halbe Ulti. Das ist nicht so nice. Aber alles gut. Hier gibt es leider. Wie immer, ich muss sich halt ein bisschen mehr konzentrieren wegen Rang 30 beschleute. Ihr wisst Bescheid. Das finde ich wundert. Ja, langsam sind wir auch relativ weit oben schon. Ja, ja. Wir sind auch echt gut vorangekommen. Seid ihr, wie die Kombi gewechselt haben? Oh, nein, das ist nicht so gut. Das habe ich eher wegbleiben von. Ja, aber keine Ahnung, wo soll ich denn hier hin? Da war ich nicht, dann habe ich halt mal eine... Ah, die Station ist auch da praktisch. Ja. Finkler. Das sind echt, die Sandwichen ist halt leider jetzt. Ich bin fast down. Ich muss es hier gerade campen. Ich glaube mal, alle weg. Boah, was ist das wieder? Ich bin in der Ecke einfach oben. Nein. Station. Headshot. Ich bin einfach mal hinterher. Das sieht aber nicht gut aus. Du bist nicht respawnt. Warum? Och, Junge, das wäre so wichtig gewesen. Minus 8. Ach, Mann. Oh, Junge. Das wäre so wichtig gewesen. So hart. Ach, Junge. Schade, Mann. Schade, Mann. War echt knapp. Das war belastend. Das war belastend, ja. Ja, ja. Da hat Storys vorhin kommen noch. Egal, schade. Das war, oh, nur eine Kiste. Okay, dann lassen wir die Mitte. Ich weiß nicht. Lass mich die Mitte jetzt lassen. Wobei wir sogar in der Runde vielleicht dann die Mitte trotzdem salven sollten, weil einfach die Mitte halt, die Kontrolle gibt es. Da ist so gut, ja. Da ist ein anderes Team, ja. Ja, lass mich in die Mitte gehen, einfach mal. Da ist ein anderes Team, also. Ja. Oh. Oh, man merkt es mit vier Cubes direkt am Start. Nein, der geht nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bin tot. Pass auf. Erfektor. Oh nein. Das macht er jetzt nicht, oder? Schön. Schön gemufft. Fünf Sekunden noch. Vier. Schön. Sehr schön, Tobi. Hast du mal gerettet. Das ist echt schwierig. Ja, wir sind Top 3, alles gut. Ich kann halt nichts machen mit Check, jetzt merkst du halt. Ja, ja, wir sind Top 3, ist zwar in Ordnung. Was halt nur der einzige Vorteil bei School ist bei Check, ich habe drei Gadgets, wo ich mal ein bisschen wegspeeden kann. Und ich habe wenigstens sehr, sehr viel Leben. Das sind halt die zwei Dinge, die noch ganz nice sind. Bitte, bitte, bitte. Zwei, bitte, bitte. Jetzt müssen wir hoffen, Leute. Ja, ja, ja. So, lauten wir. Sehr gut. Ja, gut, ist eh egal. Also, können wir eh nichts machen. Ja, 14 Cubes. Ja, nee. Auch wenn wir einen Down bekommen, hätte ich nicht gehabt. Let's go, Leute. Plus 6, wichtiges Ding. 816, komm mal. Also, das optimale Ziel wäre, dass wir innerhalb von 26 Minuten es jetzt auf die 850 Trophäen schaffen. Das wäre ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Mal schauen. Wie weit bist du? Wir sind aktuell auf 816. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Du wurdest befördert. Nice. Sehr nice, sehr nice. Nice, befördert, Leute. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an? Der Typ hat kein Unboxing vom Merch gemacht. Ich will es nicht übertreiben, aber es ist fast ein Bannwert. Sorry, jetzt nicht übertreiben, aber der wollte halt, dass er auf dem Kanal vorbeischaut. Das ist dann eigentlich wie Werbung. Ich muss es auch nicht übertreiben. Ich bin nicht reingeblieben. Ich hatte mal Timeout im Similist. Das ist halt echt nicht so nice. Aber ist egal. Fake News bannen wir eigentlich immer direkt. Oder halt. Auch Werbung. Ich bin in 3 Sekunden zurück. Ja. Ey, schau mal. Was ist da schon wieder? Die ganze Zeit auf uns ist halt das Problem. Nee. Ja, kack, Mann. Ich kann nicht raus. Ja, kack, Runde. Kack, Runde, ey. Nee, kannst du nichts machen. Ich habe halt nicht aufgepasst, weil ich mich gerade getriggert war von dem Typen. Ich will jedenfalls mindestens 9 bekommen. Ich weiß nicht, ich war konzentriert gerade. Ja, ja, aber nochmal mein Mann dazu. So was. Allein jetzt Merch zu und dann Unboxing zu machen. Das ist ja auch ein bisschen wir zu. Kann man machen, ist ganz cool. Ja, machen ein paar Leute so. Ja, ja. Aber ist halt, als uns da so was reinzuschreiben, dann hoffentlich, dass man auch mit dem Cut zu bekommen, ist das halt. Ja, ja, genau. Keine Ahnung. Ey, nein, nein, nein. Ich bin tot. Heal up, heal up, heal up, heal up, heal up. Okay, okay. Die Runden sind irgendwie gerade nicht mehr so nice, ich weiß auch nicht. Irgendwie geht die Strategie gerade nicht so auf, ne? Mit dem... Nee, es läuft halt nicht mehr so. Okay, brauch Hilfe, brauch Hilfe, brauch Hilfe. Ich kann mal wieder früher vom Pokal sein, dass man nicht einfach mehr so mit Jackie alles holen kann. Keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Und dann im Nachhinein, dann, wenn die halt so außen rumlaufen ist, dann check die Haken. Ja, das ist dann lust. Ich weiß. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hm, das ist immer das Laufen zu suchen. Die letzten Runden, wir hatten auch einfach ein bisschen Pesch, die letzten Runden. Ich bin eine Sekunde zurück. Ja, ist gut. Sehr gut. Ja, das ist Leon halt. Leon hat auch Ulti, hat vier Power-Ups. Mach auf jeden Fall deine Station. Und die Runde ist wichtig, komm. Ja, ja. Ja, ich stehe gerade jetzt schon noch mit dem Kacken. Ja, der kann halt gut Druck machen, leider. Das war jetzt Gadget, das war wichtig, glaube ich. Wir haben halt leider keine Power-Ups, stimmt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich kann eigentlich jetzt nichts machen, hier. Ja, keine Chance. Oh, schön. Aber es wird... Wieso halt auch so, der Daryl mit den vier Cubes, ey. Also das war als echtes ein Witz. Eher... Also sorry, Daryl aber auch absolut los da rein zu dingsen. Willst du switchen? Ich würde noch ein bisschen versuchen. 23 Minuten, kann wir müssen... Ja, das waren... Schau mal, wir haben auch gegen Leute... Okay, ich spiele auch gegen Leute, die auf 910. Schau mal an. Ja, ich spiele auch gegen Leute, die halt auf 910. Boah, was? Hä, ist das normal? Ja, weil wir halt auf 800 plus sind, werden halt auch Leute gematcht. Ja, das war ein ganz anderes Niveau direkt. Kein Wunder, das... Hä, da waren die auf 500 teilweise noch. Kein Wunder, dass das jetzt schwieriger ist. Ja, klar. Und wir facen... Du siehst jetzt auch, bei der oben spielen auch fast weniger Leute, auch diese Jackie. Weil, im Endgame, ich finde es halt nur, wenn du in der Mitte bist, so viel. Ich weiß nicht. Ja, sag du. Soll ich noch bei Jackie bleiben, oder soll ich... Ich würde es noch mal machen, ein bisschen verkacken, okay? Okay, ja, ja. Weil eigentlich haben wir damit sehr gut gepusht bisher. Ja, wir sind echt so schnell von 700 so Richtung 800 echt gut gepusht, ja. Ich glaube, da unten ist die Kommt gut. Ja, weil da unten ist auch auf jeden Fall gut, weil Leute laufen halt auch Lost in die Mitte, ohne zu checken, so. Ja. Was, sorry? Leute weiter unten laufen Lost in die Mitte, ohne halt die Gebüsche und alles zu checken. Auch deswegen ist es krass. Hm, ich habe zwei Runden, die gehen. Ich war die letzten Runden auch nicht fokussend, muss ich ehrlich sagen, weil es auch zu krass lief jetzt. Ich habe ich ein bisschen, glaube ich, zu arg ablenken lassen. Wenn es zu krass läuft, dann kommentiert man sich auch nicht mehr so hart und wenn ihr schon alles zu gewinnt, so. Sehr geil, kann man auch kriegen. Wichtig aber jetzt hier. Das sieht gut aus. Das ist nicht so pushen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall in die Mitte holen. Ja. Ja. Ja, die pushen bei... Hä, BTF, wie so läuft der da rein? Ja, ich muss halt jetzt nur weg, weil... Ja, ich weiß. Dieses dumme Einseiteam ist wieder so am Start. Ich verstehe das echt nicht. Okay, wir stehen, wir stehen, wir stehen. Ja, jetzt haben wir die Mitte. Da sind aber Minen reingeworfen worden, glaube ich gerade. Pass auf, da sind Minen. Au! Minen reingeworfen. Ja, gut, du kennst ein... Ah, doch, das kann ich nicht. Zum Glück sind es keine Stunminen und zum Glück hat er nicht das andere Gadget. Ja. Hm, pass bekommen. Ah, knapp. Egal, jetzt habe ich mit dem Bow. Voll zu aggressiv für mich, bin glaube ich tot. Ja, das ist dumm für mich. Das war mein Fehler, das hätte nicht passieren dürfen. Das war so dumm, wieder an der Leiden rumgelaufen und gestorben. An so einem Einseiteam ist total los gewesen, sah mich passieren. Das sind 6er Leon und Buschflash. Ja. Ja, chill, chill. Was ich machen hätte sollen, ich hätte für dich, ich hätte Gadget nehmen sollen und vor dich laufen, um die Schüsse zu tanken, glaube ich. Ja, es wäre halt los, wenn die nicht besorgt. Das war das so viel. Ja, ich denke, es ist nicht allzu schlimm. Es wäre halt schon mies, aber... Ja, du hast 10 halt noch, das ist wichtig. Ja, ja. Und die haben einen guten Spot hier. Ja. Und was machen die halt? Na, das ist halt der Spot immer schlechter, ne? Ja, weil die halt die ganze Zeit aufmachen. Ja, machen die gut. Sieben Appen ist halt auch im Start da drüben. Die pushen jetzt, das ist gut. Ja, das da mit pushen. Ja. Oh, noch 9er Leon und Busch. Ja, jetzt glaube ich das. Schmieriger Angelegenheit. Bin nicht jetzt hier. Ja, ich bin down, okay. Gut, dann kannst du nichts machen. Doch, 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 ich fighte. Okay, okay. Never get up. Sorry, das ist der Schüsse. Mach auf 5. Kann Lukas mich enden? Ja, Spike, das musst du halt bei Lukas reinschreiben, ne? Also nicht bei mir, wenn Lukas nicht enden soll. Also gleich kann ich es schreiben, so. Jetzt wäre ein bisschen los. Schreiben wir doch einfach bei ihm in den Chat. Er ist ja jeden Abend live, so. Ja. Oh, man. Beste Aussage mal wieder. Jonas, kann Lukas mich enden? Das ist schon... Jetzt fragen Leute vielleicht, ob Landy sie enden könnte. Ja, ja. Kannst du... Ne, ich hab mich nicht... Du verpasst, kacke. Zerlost. Ja, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Du Gott. Okay, okay. Der hat Gadget angemacht bei mir. Bist du im Leben? Ja, ja. Crow, nerf der bei Harkor. Ja, Mann. Ja, bei mir war auch ein Crow mit Gadget. Ja, okay. Alles gut. Oh, Junge, der Crow soll sich mal echt vergraben gehen. Ja, der nerf bleibt so hart. Der lächelt noch. Das wäre jetzt halt echt wichtig, wieder Plus zu machen, die Runde. Ja, safe, safe. Aber wir sind auf jeden Fall auf 800 wieder. Ja, genau. Also wir sind safe gut voran. LOL. Okay. Okay. WTF, ey? WTF ist komplett broken. Dann kann man alles machen. Okay. Hä? Hä? Ich glaube, er wird irgendwie, was er vorhatte. So ein bisschen reinschießen, oder? Ja, ja. Lass mal schauen. Soll ich mal reingehen? Ja. Ich glaube, der Busch ist auch relativ safe jetzt. Ja, da muss ich. Minus gesehen, ne? Ja. Och, lol. Oh, nice. Wichtig, 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 wichtig. So, richtig. Jetzt geht's da, oder? Ah, der hat auch leider noch dieses Heal-Ding. Ich hol's mal weg. Du hast überlebt, aber die wollen Heal-Ding, okay, egal. Oh, yes. Was hast du gemacht? Du hast irgendwas Ruders gemacht. Ich hab die weggeholt. Ich hab die gepusht halt. Nice. Tarat-Ult, ich seh das grad. Ja. Die werden mich weghauen. Was wichtig ist, dass wir nicht beide weggehauen werden. Mhm, okay. Deswegen geh ich rein. Schön. Oh, nein, der überlebt mit... Hast du's gesehen? Ja, schade. Oh. Oh, das ist hier. Der Heal-Schaden. Nein, nein. Nein, schade. Ist ja nicht schlimm, ist ja Platz 2. Ja. Platz 2. Mach's irgendwie mal so ein Drama, wenn man Platz 2 wäre, als ob das so ein richtiger Loose wäre. Das ist so übel nice, oder? Ja, ja, aber wenn's halt zu knapp ist. Ja, okay, das stimmt. Doch, ich spiel das Game halt manchmal. Ja. Ja, die Games musst du anfühlen, Leute, ich weiß. Let's go. Aber ich hab noch nie was kaputt gemacht. Gibt das für Leute, die werfen ihr iPad aus dem Fenster. Das hab ich leider noch nicht gemacht. Sorry, please, ich hab dich jetzt echt... Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Das war ja der Typ... Normalerweise in die Mods war das der Typ, der vorhin Fake geschrieben hat, aber der hat das wieder reingeschrieben, wenn mein Merch gekauft hat. Weil sorry, dann muss ich jetzt banen, tut mir leid. Aber jetzt nochmal, also sorry, keine Ahnung. Also hat er schon vorhin reingeschrieben, dass er den Merch halt auf seinem Kanal hochgeladen hätte und was er nicht getan hat, so. Und Fake Sachen finde ich dann einfach kacke, so. Gerade wenn's halt um Aufmerksamkeit geht, deswegen. Ja, dann muss ich die auch wieder... Du musst ein, äh, ein Exit, ein Exempel statuieren. Genau, genau. Tut mir leid. Ich glaub, dass jeder macht, Yad. Ja, ja. Fake News geht nicht. Ja, ja, okay, ist er. Na, muss ich banen, naja, Seth. Tut mir leid. Aber das tut mir leid, ist er selber schuld. Ich hab vorhin gesagt, dass es kacke ist. Ich mein, warum schreibt man noch so Fake Sachen rein? Yad ist einfach zu nett. Tut mir leid. Ja, vielleicht hat er den Merch halt wirklich gekauft und hat nur nicht unboxed. Aber dann ist er selber schuld. Mhm. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott, ich wusste, dass wir die Kombination nicht wechseln sollten. Geil, Mann. Jonas, ich klaue dein Handy, du sagst, oh, tut mir leid. Was sag ich? Egal, egal. Jonas, stell dir vor, ich hätte ein Handy geklaut in Köln. Und dann sag ich so, oh, tut mir leid. Ah, ja. So schätzt du mich also ein. Ja, ja. Oh, oh, ich bin dran los. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, ich war los, oder? Du bist dein Handy schon geil, Jonas. Was ist mit meinem Handy? Ich find's nice. Hä, wieso, was meinst du? Hä? Ja, das ist noch so ein Vibe, das ist schon so ein bisschen kaputt, verstehst du? Hä, ich hab's austauschen lassen. Achso, nee, nee. Das ist nicht so. Ach, hast du dich schon austauschen lassen? Ja, ja. Das ist aber schade. Ja, ja. Ich hab das Video aufgenommen, du hast gesehen, ne? Die sind mit diesen 10 Arten von Brawlers-Spieler, das musst du noch sagen. Nice, Tobi! Hast du alle gekillt? Beide? Ja, nein, leider nur einen, leider nur einen. Ja, trotzdem nice, let's go. Oh, ich dachte schon Tobi zu pullen, weil irgendwie nicht so... Da ist noch einer Busch, da ist noch einer Busch, da ist noch einer Busch, links, ne? Safe? Ja, ja, safe. Nee, der ist da hinten. Au, ups. Ja, echt mal kurz. Ist ja wieder umgedreht danach. Ach, dass das Team geht, das werde ich schon mal safe haben. Ja, die sind zweit sehr gut stehen. Wie werden jetzt gesandt? Kommt ran, kommt ran. Kommt ran. Ey, Jonas, ich fand dein altes Handy echt nice. Ja, ich fand das auch nice. Das hatte Trip. Ja, das hatte Hardcore-Trip. Hey, das hat geile Runden. Let's go. Ja, jetzt geht's wieder ein bisschen verwahren. Plus sieben, jetzt kommen wir richtig gut voran. Wobei, da haben wir auch schon vor, wir müssen jetzt noch ein bisschen hoch. Jetzt geht's wieder hoch. Noch ein bisschen, wir möchten noch einen, der wird's wichtig. Leute, vielen, vielen Dank für über 2000 Likes auf den Stream wieder. Vielen, vielen Dank. Muss auch wirklich sagen, also Rawls, das ist echt, aktuell ist ich mir ganz so krass im Hype an sich. Und ich lade nur alle zwei Tage hoch und trotzdem machen wir letzten oder diesen Monat wahrscheinlich so um die 4 Millionen Aufrufe. Das ist heftig. Das ist so krank, ey. Also ihr müsst wissen, so März oder April oder so habe ich auch nur so 2, 3 Millionen gemacht. Also ich auch daily und daily ge-uploadet und daily gestreamt habe sogar. Und jetzt einfach 4 Millionen, das ist so heftig. Also es ist echt, also die Entwicklung vom Kanal ist echt insane. Also nochmal, schaut an euch alle, das ist echt krank. Ja. Aber wenn das Browser-Update kommt, dann ist der Hype wieder da, Leute. Ich hoffe halt echt, das neue Update wird halt echt zu entscheiden werden. Ich habe auch schon ein Video gemacht, was ich mir ein Update wünschen würde. Ich hoffe halt echt Lebensrauf-Safe. Nur zu mir das Video noch anschauen. Dann ist leider keine Zeit. Du musst ja nicht mal das Video anschauen von mir. Was? Du musst nicht jedes Video von mir anschauen. Oh, das wollte ich mir echt anschauen. No joke. Okay. Ich mache dann auch eine Live-Reaction, lade die auf meinem Kanal hochkappe. Achso, nee, dann nicht. Dann banne ich dich. Pass auf. Oh, nice. Da kann ich direkt das Gadget-Spec machen. Sehr gut. Da unten geht es gerade ziemlich ab. Ich versuche nochmal abzustorben. Oh, man. Ich muss nicht zusammenbleiben nur. Oh, wie ich helfe. Was passiert ja dann? Was machen? Leute, da spielt noch bei Gale. Ich helfe dir. Ja, ja. Wenn du den entschieden bekommst, das wäre nice. Schade. Ich habe ihn sowieso nicht bekommen. Du musst unbedingt deine Station spielen. Deadpool. Deadpool. Ja, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich spiele unbedingt schnell deine Station. Ach, deswegen. Ja. Ich dachte, du machst irgendwie Panik, weil ich die Stations ganz schnell spiele. Du hast es nicht mehr Value raus. Und ich dachte, auf die Sekunden kommt es auch nicht mehr an. Oh, man. Walsch, weil er eskaliert hier. Oh, nice, 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 nice. What? Ich habe ihn fast gehabt. Der wird noch down gehen. Der wird nicht safe noch down gehen. Der muss noch down gehen. Achtung. Wir wollen die Cups. Wir müssen auch passen, dass wir nicht gekohen werden von Attara. Oh, nice, man, es war lucky, dass sie nicht ihre Old gesetzt hat. Ich weiß nicht, warum die nicht ihre Old, egal, sehr nah, sehr nah, sehr nah. Ja, die wäre trotzdem down gegangen. Jetzt hätten wir echt einen wichtigen Win, weil dann hätten wir heute schon vorhin wechseln. Da hätte ich 28 oder 25 oder so. Das bleibt aber auch so. 12 Minuten bleiben es noch. Wenn ich den kriegen würde, den Bull hier. Den Bulli Ball. Nice, man, let's go. Ey, noch fünf Teams am Leben sehe ich, aber gerade. Ja, keine Ahnung, man. Es wird es nicht so schlimm. Pass auf, meine Station steht noch, Gene. Nein. Ey, der hat mich reingepullt. Asozial. Ey. Du was? Ricken Frust, die hat Shit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, mein Commentary ist so on point heute, Leute. Ich sage immer, was, du oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das lief aber nicht so gut. Oder Minen. Das war nice. Sehr geil, haben wir. Let's go. Ja, ja, ja. 825, das ist sehr, sehr wichtig. Let's go. Aber, ich weiß nicht, also ich muss aber, wenn ich gerade drüber nachdenken, muss das nächste mal 150 Trophys immer noch pushen. Ja, das stimmt, das ist echt noch sehr, sehr viel. Ja, hab ich gar nicht mal nachgesagt, ne? Ja, wir sollen wahrscheinlich zwei Streams machen auf safe. Sollen zwei Streams ein paar. Aber wie sollen wir denn zwei Streams noch schaffen? Ich muss auch, oh, das war ich recht, ja. Dass sie halt safe sind. Checkst du das mal? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich muss halt wegen zwei Streams. Und ich will jetzt eh wieder Daily Brows, das bringen wir mal schauen. Das geht schon, klar. Und außerdem werde ich ja ihren Highlight-Video daraus hochladen. Das geht schon. Ja, oder Freitag und dann Samstagmorgen. Also ich kann Samstag bis irgendwie 15 Uhr so. Ach loja, dann können wir das eigentlich safe machen. Ja, aber das Ding ist halt, ist dann halt auch Finale. Wenn die halt nachts das Finale machen, sag ich mal so. Wenn wir jetzt so 20 Uhr anfangen zum Beispiel, dann können die halt so Open-End-Finale machen. So können ich den Check-Shots machen? Ich würde vielleicht Freitagabend, aber Freitagabend, ah, sind viele mal weg, ne? Freitagabend können viele nicht. Wir können das Freitagabend versuchen. Ja. Ich würde schon Freitagabend, aber ihr müsst auch die Maps anschauen, ne? Das ist eher die Sache, ich würde es eher nach Maps machen. Ja, das stimmt. Sagen wir mir morgen, lasst uns einfach nach Maps entscheiden, so. Wenn morgen schon eine richtig krasse Map ist, machen wir einfach dann schon morgen. Ja, ja. Lass uns dann so entscheiden. Ja. Das habe ich das Beste. Ja. Ja. Ja, tut mir ja leid, dass ich die Season, äh, nicht so... Ja, ne, nicht tut mir leid. Einfach mal danke dafür, dass wir überhaupt... Oh, nice. Nein, nicht nice. Ja... Sekunde. Danke, dass wir auch die ganze Zeit pushen können, ne? Also, das ist echt... Das hilft mir schon sehr. Bei den 1.000ern. Kriegst du die Cubes? Ja, das noch für Tage damit. Pass auf. Ja, die sehe ich gerade. Die greift mich an. Die ist immer noch, die Chilt... Oh, ne. Oh, oh, oh. Ich habe es zu Glück bekommen. Ich habe es zum Glück bekommen. Ok, sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr. Ja, ich merke sehr gehalten. Sehr, sehr gut ist aber auch die Bitte. Ja, richtig. Ok. So, jetzt konzentriert wir uns zwei mal auf zehn Minuten. Dank an Con, Blaze für das Abo. Vielen Dank. Leute, wenn ihr neu am Start seid und nichts verpassen wollt. Ich kann auch gleich mal versuchen gleich ein paar neue Abos zu grüßen. ich muss das kann nicht fokussieren ja ja wir müssen uns konzentrieren ja sehr gut was geht ja ich weiß ich habe ich nicht mal getroffen hat immer da drin wir lassen hier keinen abhauen bei der polizei machen vorne und hinten zu ja alle ausgänge zu jetzt ist direkt ein showdown let's go jetzt aber echt jetzt läuft es aber echt gerade krass hey egal ist mein gadget an ja ihr seht uns viele cubes es läuft richtig gut noch mal sehr gegangen soll ich mal kurz meinen laden runter das nächste match schließt den laden heute wurde alles ausverkauft ja die erste halbe stunde war eigentlich ein bisschen schade muss man sagen dann kann sich ja aber ansonsten ja das war mein fehl dass ich vielleicht max gegangen bin es war ein krasser mit chucky danke an youtube world warship für das abo sagen danke euch danke an pascal brück für das aber wir haben auch über 2100 likes auf dem stream wieder auch dafür viel vorhanden oha einer meiner besten youtuber liste 1 lukas 2 jonas 3 puki 4 clash games 5 marvin 6 pekarex häh oha einer meiner besten youtuber liste ahja ja stimmt wo ist tobi man für mich als auch gefühle ja tut mir leid ich habe direkt gebannt den zuschauer obwohl das ab war ja deswegen gestorben ja ja guck mal ist ist tobi nur wegen die gestorben mann packt ihn sofort auf die 1 wir müssen aber real tun wir müssen inzwischen ja müssen echt aufpassen ja ich weiß die müssen echt weil auch die kurzen setzt wenn wir gar nicht wenn man auch gerade nicht doch gar an sich die einmal getroffen ja die haben ich habe sie noch die b ist auch da oben das ist das problem ich habe sie nicht hätten schild ich habe ein problem ich bin da und ich bin da und ich kann nichts machen den schild gehabt ja schwierig man also wenn du auch diese club sich hast oder wir halt irgendwie gepusht wenn es manchmal ist aber insgesamt ist echt krass wenn der kommt muss man wirklich sagen so sechs minuten haben wir noch die zeit leute ist halt mein fehler weil ich in der mitte halt gestorben bin ich konnte nichts machen keine ahnung wieso dein fehler da konnten wir nichts machen konnte ist was er nicht ein fehler ja ich hätte nicht so weit reingehen sollen wahrscheinlich leider gegen die wand gelaufen das war es mein fehler zu meinem fehler tut mir leid ich habe ich habe gerade irgendwie aber und kann ja immer besser spielen vermuten meint her auf jeden fall ja wenn du halt so angegriffen wird kommt bleibt aber das nirgern aber nirgern sehr gerne sehr gut ja gut und dann reicht noch nicht war das ist worden aber ich sollte selbst wenn ich glaube ich gehe mal bis direkt also wenn die die jetzt noch gewinnt ist es bekommen hätten gleich ausgeraht also es ist ja ja das ist echt manche so teams die echt nicht dauernd bekommen das trigger dann so richtig ja ja oder die uns zu denken jolo wir warten erst mal noch zwei ja genau dann glaube wir gehen mal noch mal zurück das ist direkt vor uns und wir drehen es immer um und killen lieber jonas ja genau das ist es ist halt echt manche komplett los die turner dann einfach irgendwie manchen auch das triggern richtig so fünf minuten noch bis wir eigentlich aufhören wollten vielleicht machen noch ein ticken länger war ja die du willst ja wenn es gut läuft lassen wir können ja noch schauen wir machen wir schauen wie hoch wir sehen wir wollten eigentlich mindestens 850 mal schauen dank an pizza für das abo vielen dank danke für die ganzen abos die noch mal reinkommen vielen dank aber sowieso danke für den krassen support wie gesagt wieder mal also wir waren am anfang sogar an die 1800 zuschauer krass wirklich dafür danke und ja ich hoffe dass wir bald dann wieder irgendwie nah im oktober ist ja noch das update kommen oder der brawl talk kommen wahrscheinlich es hieß ja seo oder seo in oktober hieß doch im letzten brawl talk am ende hieß es doch oder ja ja genau deswegen stehen wir nach oben hast du auch zwei ja ich habe auch zwei oh nice geil das sind vier cubes sind safe das ist gut das richtig gut ich bin nach oben gegangen zuerst in die mitte geil man sehr gut sehr gut taktisch ja ich sage ich probiere dann aber jetzt trotzdem noch mit kontrol auf dem 2 ja safe 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 das ist ein anderer jack hier auch noch mit vier glaube ich ohhhh ich muss hier weg ich muss hier weg ich muss hier weg geil man let's go ja ja das ist gut Boah Junge das eh wie boah ach Jubs war der Leute let's go komm die minuten noch Leute alle mal hier ähm Hashtag Hype in den Chat ne Hashtag Hashtag 1k in den Chat komm Leute Hashtag du Jonas ist am Treppen Nein das ist nicht in den Chat Ja das ist nicht in den Chat Die wissen stimmt Ich bin schon mal gespannt wie die Leute das schreiben werden Jonas ist am Treppen bitte in den Chat Ja das ist ob die Leute das hinbekommen zu schreiben Doch doch Boah nice wieder ein Kill Easy Oh sehr nice wenn wir den jetzt auch noch kriegen Jaaaa Oh da kommt eine Tara grad von unten Sekunde mal Die geht voll auf mich aber ist egal Ist egal Ich lass mich nicht in Ruhe die Tara Ich Ok ich komm vorbei ich bin Bodyguard Naja ich wollte gar kein Bodyguard Lass mich in Ruhe Hashtag Hals Maul Hals mit Doppel L geschrieben Ah ja Oh 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 Egal 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 Ey noch einen Win Dann haben wir es echt geschafft Der hätten wir die 850 Äh Anton Sonnecker schraubt seine ID rein Ähm Anton Bist du Bist du größter Fan Ich kann es grad nicht sehen Bist du Ansonsten Ansonsten kann ich dich gerne adden Mods ist der größte Kann ich das sehen Kann ich alles an das aufzeichen sehen Warte mal wo man sehe ich das Lost Wenn die Mods will Ich glaub er ist größter Fan Ne lol Ich schau grad dass ich adden kann Sekunde Dann schreibe ich kurz Ich adde ich gerade direkt Sekunde 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 Ich hab noch 2 1 1 1 minuten Oh 47 Trophys plus Geil man So dann adde ich nicht noch ganz kurz gerade Y Es ist ein 0 oder ein O Ich denke es ein 0 Ich hoffe das stimmt So 2 1 1 minuten Kommt 2 minuten noch 2 minuten noch Leute Let's go Was haben die Leute jetzt reingeschrieben Mal schauen Hashtag 1.000 Pokale Sehr nice Hashtag Jonas ist der schlechteste Hat einer reingeschrieben Nice man Ehre Danke fürs Abo Ancheck Dani Danke mal Danke mal Waren die Leute denn echt gemein zu dir? Jaja Die werden direkt gebannt Die gemeinen Leute Ah was Ich hab auch keine Clubs bekommen Ist nicht schlimm Du hast einen bekommen Zumindest Einer ist besser als keiner Tobi Du weißt Ok Na ist echt nicht so nice 1,5 minuten noch Leute Dann ist der Countdown vorbei Na die trifft mich grad ein bisschen viel Das war nicht so Ja wobei ich kann eigentlich gut rein bleiben Ach jetzt respawn Ah Oh ne der holt bereits gar nicht Nein 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 Die haben uns umentschieden Ehre Ist das direkt abhauen von denen Komplett über ganz außen Eieiei Das ist ganz weg von denen Moven würde ich sagen Ganz rechts in die Ecke würde ich jetzt einfach glaube ich Und irgendwie ein anderes Team suchen Oh Junge ey Checkup Sehr sehr nice Oh Da ist die B Immer noch vier Teams halt am Leben ne Ja Ich glaub die lassen uns in Ruhe jetzt So auch noch 50 Sekunden Leute Und dann Könnten wir es genauestens tatsächlich schaffen auf 58 Das ist ja echt krass Aber ich würde dann vielleicht noch so lang pushen bis wir verkacken oder sowas in der Erraschung Boah ich würde die Runde unbedingt holen Das wäre immer so wichtig jetzt Ja ich sag die ganze Zeit Ja 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 gut ist gut ist gut ist gut Ja Ja wir müssen unbedingt pushen Ja ich weiß ich weiß ich weiß Ich geh da 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 Ja Nein Ich schaffe noch ne Runde vom Countdown sehr geil Oh Nochmal Nöchmal Nochmal Let's go Und noch vom Countdown Danke Anne geht dich nichts an für dann Abo Vielen Dank Komm jetzt nochmal Let's go auf Komm Auf gehts danke an pinguin bros macht die werbung für mein let's play kanal im chat danke dir irre oder ist ein bot ich weiß nicht weil ich denke mal nicht du musst aber ausrufe zeichen lp in den chat schreiben kann gerne ausrufe zeichen lp in den chat und zum let's play kanal und auch nicht vergessen bei toby vorbei schon der ist ganz oben in der beschreibung von der gt wäre auf jeden fall eher jetzt noch mal hier werbung auch von mir wäre wenn du am ende des teams kurz noch ein video schauten können ist ja klar klickst aber ich habe mir echt sehr viel müde gegeben mein kathar hat auch irgendwie gesagt hat vier fünf stunden gekadelt als wurde echt heiß deswegen ja lasst mal alle einen daumen nach oben da ein like nach oben sorry es ist die letzte runde nach dem counter wir werden wahrscheinlich noch mal schauen jetzt in der mitte nicht fertig also ich werde wahrscheinlich down gehen ja ich bin bei mir ist es bei mir auch gerade meist wohl eigentlich die tara aber die ich bin ich bin ich bin ich ich lenke die ab die haben mich geholt ich lenke die ab die muss nach oben laufen oder jetzt früher nach oben rufen sollen ok 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 ja ich bin ganz knapp gestorben das ist überhaupt nicht nice ja das war echt nicht ich bin ganz knapp gestorben ich bräuchle vor allem meine ult ok jetzt kommt pff die runde ist wichtig komm mal er war gerade eine spende hab ich richtig oh mein gott hab ich mich kurz nicht hingeschaut in genau der sekunde kommt natürlich ein crow sch oui c�ot er ist die löst let's go das war nichts einfach top 2 dass processor läuft das wichtigste wir müssen wir espreis herzlich ob jetzt und einfach bericht ist mit top 2 kommen ein bisschen druck mal so schlecht sehr sogar jetzt ist tatsächlich auf den punkt genau haben es genau ist es geschafft 850 genausten sogar wo mein gott so weiterspielen verlieren was sagt ihr ja können wir gern machen okay also ich will auch mindestens 850 werden okay wir spielen ist noch so lange bis wir verlieren ok leute und dann ist vorbei es wird nicht mehr so lange dauern ich hoffe wir kommen aber vielleicht ein bisschen hoch vielleicht mal schauen ich will keine ziele setzen was schon danke an leo bus für die vier euro spende fragt wie wird man auf dem iphone mitglied es müsste normalerweise neben dem abonnieren button noch ein mitgliedsbutton geben ja das habe ich auch schon gesehen dass bei manchen und wann die haben diesen button andere über nicht so ganz komisch da kann tobias allemann für das aber keine ahnung ich weiß nicht warum das nicht warum das so ist also manche über haben diesen abo button bei der andere nicht so ist aber auch gar kein sinn zum beispiel bei youtuber die 100.000 momenten zu haben haben das an rüber die 400.000 haben haben das manche nicht ganz erzählen das kauf und das abgelaufen die position was wir verlieren ich helfe die runde weil ich das ist glaube ich keine club zu mir deswegen ich glaube ich bin die mitte nicht hat okay sehr sehr geil sehr sehr oder auch nicht geil doch nicht gehört auch gut schade hat gewusst ich werde angehen trotzdem denke ich es war gut ja doch ist gut ist gut ist gut sonst hätte ich verständlich kaum haupt ja ja alles gut alles kommt gerade kurz ich habe vier sehr gut also position ist aber von ihre leute okay danke für über 2200 likes krank oder dass man bei der kiste schimmer wo der wollte die wollten späten schärme ja das ist jetzt sehr gut mitgenommen kann man mal einhälte ich bräuchte man für die dings station das kann ein bisschen wie es rein jetzt geht es nicht richtig wir sind doch drei schon wissen top 30 kann ich ja okay wir müssen unbedingt die bekommen ich mache das gadget an dass die ein bisschen weg bleiben sehr schön schön let's go okay wir müssen die echt jetzt bekommen dass sie weiter ja ich bin jetzt in die crow nicht rein oh mein gott ne ich weiß nicht was ich machen soll ich lauf mal irgendwo ganz anders hin ich werde down gehen naja bleib mal ja dann lauf mal nach außen naja da geht er auf mich jetzt kann ich mal schauen ich muss mich halt immer noch oh da ist ein kill gewesen brock hat max sehr gut baby jetzt noch crow, jetzt noch crow, komm jaaa jetzt möchte ich, egal, komm Junge was machen die denn so lang, machen wir ihn jetzt ich bin lost gerade oh ne jetzt hat er die ult gefarmt wegen mir ein fehler selvis habt ihr dodged geh du weg geh du weg geh du weg jaaa aber die max push mich trotzdem aber ich muss jetzt hoffen ich muss jetzt hoffen oh mein gott ich bin fünf sekunden zurück oh mein gott waaas waaas eine sekunde eine sekunde aaaah schade egal 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 wer der ihr schuld gehabt was bb team Leute haben gewonnen jaaa wo waren die denn bitte wt lol aber geil man geil 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 jetzt machen wir weiter wir pushen uns so lang bis wir verlieren das wird jetzt echt immer wichtig ein bisschen plus mitzunehmen wenn sie sich auch sehr sehr wichtig weil jede trophäe wichtig ist für den tausender push ja ja das stimmt für den nächsten ja ich werde wieder down gehen ok doch nicht oh ich hab fassen oh ich hab fast ein kind gemacht kaka ich hab's gesehen lol was macht die denn da ich hab die station ja 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 aber ja ja willst du eher hinter deine wand zu platen sein ja ich hab ich ähm ja ja ich war grad im fight und ich dachte ich krieg mir vielleicht auch dann so ich bin grad fast ich werde schon entstaunen gehen ich war zu aggressiv leider ja nicht gut von mir hau ab das war nicht gut ja ich muss wahrscheinlich jetzt weiter äh das Problem ist ja ich nee nee du konntest überleben ja ich mein wenn du gar nicht geh vielleicht ein bisschen ran geh vielleicht jetzt ein bisschen ran ich bin jetzt zurück nämlich ich hab halt keinen speed mehr ach kaka ich werde down gehen halt jetzt oder oder warte die werden jetzt gepusht außer die stehen die machen oh neun ja neun ist kein schuss ah wie viel kriegen wir jetzt minus ja na lass dann nochmal weitermachen grad komm nochmal ein game oder so ich weiß nicht 848 oh schade man das wäre so nice gewesen das war nicht gut von mir gespielt ey ja die waren max und crow und du musst halt 2 gegen 1 fallen so im endeffekt ja keine schuss aber das ist endlich wirklich ein guter push ich meine also ziel waren halt echt in zwei stunden von 700 auf 850 und das haben wir geschafft aber jetzt wärs halt nochmal wirklich ein game zu gewinnen dass wir auch über 850 sind wir es echt perfekt geschafft kannst meine schwester selina grüßen ähm klar grüße gehen raus an selina aber ich grüße euch jetzt nicht alle leute ne das war jetzt eine ausnahme weil ich jetzt nicht immer jeden grüßen kann ich mach ab und zu mal einen vielleicht aber dann nicht mehr weil sonst ist immer so weil die abos die grüße ich immer stimmt aber das ist was anderes das sind ja eh nicht das 30.000 oder so im stream immer ok ok zwei cubes ich komme du hast sehr geil hast du gesehen ja ja ich bin lost ich bin lost ich bin lost ich bin lost btf als ob ich einem 3er spike so dumm wegsterbe oh mein gott ich ah egal ist trotzdem noch gut mit 9 aber es ist so unnötig ich verstehe es nicht als ob ihr mich so dumm killt einfach ne ja ja das ist echt unglaublich wieviel schaden dieser spike ja spike muss eigentlich nerf bekommen der war schon bevor er hat nen buff als letzten bekommen da war er schon zu stark eigentlich jol ja oh der kennt mich wieder wahrscheinlich und das ding ist halt das ist total lost der hat mich wieder gekillt hmm warte chill 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 ich geh mit ich geh mit das ist shady pass auf ne ja egal ich bin vier sekunden zurück ja schön warte eine sekunde ja ja das schaffen wir letzte runde auf jeden fall würde ich sagen oder ja ja oder wir machen halt nochmal bis wir verlieren von mir aus weil wir kommen ja eh grad gut also von mir aus ja aber dann wieder verlieren trauen wir wieder unter 815 musst du wissen hm ich würd's versuchen chat ok ich überlegs mir ja überlegs mir wir haben ja Zeit jetzt jetzt meine klimatio schön weil die runde haben wir halt safe das ist geil normalerweise hat's natürlich nicht irgendwie politisch ja 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 jetzt rache am spike rache am spike nehmen das wäre glaub ich der andere spike ich wär gewohnt hat aber ok ich weiß was meinst du der spike ist jetzt yes hast du ihn geoneshotted gefühlt ja ich hab ihn geoneshotted nicht nur gefühlt was du hast ihn echt geoneshotted ja geil oh mein gott ey kann aber mit null powerups auch nur 3k leben mhm ok let's go 855 ja 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 auf geht's ok wir spielen jetzt noch so lange bis wir verlieren wir können jetzt echt mal richtig gut plus machen für den push das wäre echt immer nice das wäre echt nice ich geh nach längst weg aber das ist wirklich hoch safe danke für die spende kommt nochmal leger das ist nicht wahr ey der crow der mich ausgerechnet pushen musste stark toby ja da hast du den mordestand was nein shelley ooooh was neger ich geh raus komm ich muss safe wir sind aber top 3 dafür das ist gar nicht mal so schlecht ja gut shelley hätte mich nicht weg geholen können aber die hatte ja halt ulti das habe ich schon mal gewusst ah ist ein blow pass auf oh ne wenn er jetzt natürlich das push natürlich hätte ooooh ne das ist mies das ist ganz mies ja das ist auch ganz mies der sieht nicht gut aus soll am besten einer irgendwie abhauen oder so ja ich glaube ich kann jetzt hier nichts brauchen ja ich bin down außer jonas let's go der ist los gewesen nein der hat die ulti der kann dich weg ulten kacke man ich hasse es kacke man das ist so dumm gelaufen oh mein gott ich hätte nur die ulti müssen oh jonge so un ach so unlucky ey die waren total lost ey ne egal achso bis wir minus machen eigentlich ja komm lass ja lass weiter machen ja ok komm ey dank an leo für die 5 euro spende kannst du wegen dem mitglied mit dem link mit dem wo man sich mitglied holt in die beschreibung packen ich weiß nicht ob es den link gibt chat wisst ihr ob es irgendwie oder irgendeinen link es gibt safe ne link ja ich weiß aber nicht wie ich den kriegen kann ja indem du das selbst probierst und dann über den pc und dann ja ich kann gleich mal schauen gerne ok aber ich hab grad ein 4000 late abbekommen schmeckt nicht so ja ja allgemein schmeckt es wieder gar nicht ne 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 ah die runde gerade eben war dumm ja wenn ich das gedodged hätte ey ich hab nur die ult von mortis dodgen müssen das war so unlucky also hat er auch gut gemacht muss man sagen ne ja aber allgemein mortis ist auch wieder fragwürdig zu spielen hat sich krass bekommen schade wichtige runde jetzt nochmal aber jetzt sind wir über 58 jetzt schon wir sind echt auf einem guten niveau jetzt ausschauen ja oh die fighten da grad ziemlich nice ist nicht schlecht für uns vielleicht da kann ich jetzt gut rein gehen so fast meine ult fahren können also ich bin einfach mal in die Mitte ok ja da ist die keiner drin ich denke ich bin auch safe ok sehr gut ja warte mal ein bisschen schauen dass der bow down geht oh selva b ok wir müssen einfach einen bow bekommen ok nein jetzt machen die augen auf uns sieht gut aus ich meine den stage muss noch ein bisschen nach vorne dass du tankst und hau den jetzt weg komm wir müssen einfach nur diesen einen dinge ja aber das ist gut das ist sogar sehr sehr gut nice nice na wie der gadget verkackt leider egal ja ich kann nichts machen leider fassen hast du was gemacht sogar komm tobi 14 abi easy lol geil man ich kann kurz wegen mitglieds schauen eine sekunde wie machen wir das also wenn man auf kanal geht live daneben abonnieren button mitglied werden mitglied werden ich kann hier gerne mal eine sekunde mitglied werden was für eine stufe willst du denn werden das ist die frage ich kann auf mitglied werden drücken gibt es jetzt einen link also muss ich nicht selber 2 euro zahlen oder ne kauf ab na echt also ich kann hier wenn ich auf mitglied werden drücke kann ich jetzt hier nichts senden tut mir leid hm hallo und herzlich willkommen als neues mitglied hier auf ja das ist einfach der link zum video zum stream ok weißt du hm also ich habe auf jeden fall hallo und herzlich willkommen als neues mitglied hier auf meinem kanal ich hab einen link wirst du in zukunft eben neben deinem namen ein exklusives lokal ich kann dir meins senden jonas ja wenn du willst und dann kannst du den link editieren mit meinem namen wahrscheinlich oder sowas ja ja ne ne ich kann es ja mal probieren ja was hast du denn für einen link mit keine ahnung warte mal ich mach es einfach ich probiere mal bei dir mitglied zu holen ja gut matchmaking wird nicht zu schnell sein matchmaking dauert es auch lang aber ok wir machen ab jetzt wirklich so lange würde ich sagen bis wir einmal nicht bis wir einmal minus kriegen wie dich oder bis wir was willst du sagen ja 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 warte ich probiere keinen link raus zu suchen mitglied wert tobies antwort ja 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 ah ja beste antwort bisschen drin bisschen drin konzentration man kann hier echt keinen link ne ich habe auch keinen link deswegen vielen Dank für die spende nochmal leo also leo wenn du den fan holen willst also da kann ich gerne eine aussage machen so weil du hast jetzt eh 15 euro gespendet also vielen dank dafür weil da kann ich das ist halt sowieso dann weil du es halt nicht machen kannst das passt schon dann kannst du mir gerne die id rein schicken das geht halt nur glaub ich über den pc oder wenn man halt den link irgendwie hat keine ahnung aber das ist auch komisch gemacht man warum kann man das nicht über den chat auch machen durch chatfenster ich weiß es nicht also das sollen die echt mal verbessern so auf wenig denn nein 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 wir sind gerade richtig gut um einen der street drin ja trotzdem auf probieren das in zwei streams anzugehen checkst du das mein ja ja wir können ja schauen wie es läuft mit einer guten map weißt du ich würde es mir nicht so vornehmen ich würde einfach schauen wie es läuft wirklich weißt du was mein stimmt schon natürlich aber ich nicht nicht als zwei streams machen möchte noch aber einfach dass dass ich drauf einstelle das ist klar nicht wenn ich halt am samstag dann irgendwie keine zeit mehr habe oder wenn ich dann halt back gehe und dann bist du irgendwie kurz davor ja keine ahnung ja ja ich will halt echt nicht dass du den push dann irgendwie bei 990 aufhören musst bei 990 ist ja richtig ripp ja ja aber weißt du dann das wäre eigentlich sogar besser dann kann ich ein besseres video hochladen hast du ja bei der lucas gesehen ja ich weiß lass bei 999 aufhören ja ja das ist ja wirklich so ne lucas hat das nicht geschafft und das ist ja besser angekommen ja ich will das auch noch machen bei Rang 35 das mache ich beim nächsten Rang 35 das musst du echt machen das ist zu so 1249 da fehlt noch einer als titel einfach eins ja dann muss ich noch meinen muss ich mir noch ein kaputtes ipad kaufen das ist aus oh mein gott save dann noch das ipad smashing oh mein gott das mit 3 millionen aufrufe save das video ich weiß aus dem balkon raus ja 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 und dann so richtig heftig dann oh nein es gibt auch so handy dummies für so 10 euro die du kaufen kannst ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß ich weiß oh mein eh so let's go wie gesagt ich pushte jetzt mal so lange bis wir wir würden sagen einmal verkacken und dann ist schloss aber wir kommen echt mal gut voran deswegen aber nicht mehr viel länger als jetzt hier aber mal schauen wir also dass der push insgesamt war echt ein großer Erfolg, muss man wirklich sagen. Ich meine, wir haben bis 7 Uhr begonnen und wir haben jetzt nicht mal ganz zweieinhalb Stunden gepusht und das ist schon solid. Wir gehen auch auf die 2500 Likes zu. Was? Jetzt aber nochmal richtig bei den Likes ab, vielen Dank. Okay, jetzt gehen wir kommen. Ich hab die Likes auch zuletzt deutlich weniger gepusht als früher. Angst, ich will die Leute auch nicht zu krass nerven. Ja, nee, hau schon mal hier die Like-Comments raus ab und zu mal. Das vergift man uns öfter. Ist auf jeden Fall Dein Like nach oben vergisst man öfters. Ja, ja, den Like nach oben, den vergisst man echt öfters. Die meisten geben nur den Like nach unten. Das ist alles miese. Nicht so freundlich. Nee, den Like nach unten, den will niemand. Ich hab immer noch keinen Hit gelandet, leider, in der Runde. Ist nicht so nice. Passiert, passiert. Ich glaube an dich. Danke, Mann, danke. Ehre. Hä, wo sehen die denn alle? Egal, komm, wir haben sie wieder in Ruhe gelassen. Woher man eine Station jetzt trinkt. Ja, ich hab im ersten Hit gelandet. Oh mein Gott. Wow. Leute, alle mal GG für den ersten Hit. Spike ist wieder am Start. Gar kein Bock, da war ich wieder weg von Spike. Einmal hat er nichts doppelt getroffen, leider. Schwere Game. Spike ist echt so eklig. Ja, ich komme da schlecht dran. Ich muss halt irgendwo mal farmen können. Vielleicht mal irgendwelche fighten oder so. Ja, da fighten die, sehr gut. Ich gehe mal ein bisschen offensiver gerade. Sehr gut, ich bleibe mal hier dran und versuche den Crawl zu schnappen gleich. Ja, das ist echt neu. Dann muss ich mit, ja, tabeln. Ich bin jetzt nicht zu offen, es war nur noch eine B war. Ja, ja. Aber ich weiß was, ja. Ey, wo ist eigentlich das letzte Team? Ja, da oben. Ja, da oben. Ah, das ist ein... Der wird alles gut. Dark Vell. Ja, Dark Vell. Ich habe genug, hat mich das nicht so los. Hab ihn. Äh, noch nicht Top 2? Äh, noch nicht. Äh, noch nicht ganz. Nicht ganz, leider. Station. Konzentration, das kann es echt nochmal wichtig werden. Mal schauen. Ich mache gleich mein Gadget an. Ich weiß noch was kurz. Gadget haben, sehr gut. Das ist ein wichtiges Gadget. Ich habe echt einen Hass auf Spike so ein bisschen. Ich mag ihn eigentlich zu spielen, aber gegen ihn zu spielen. Ja, ich mag Spike auch und die Spike-Blueschie sind süß, aber ja. Let's go. Sehr, sehr nice. 874 Trophies haben wir. Die nächste Lobby ist auch wieder fast voll. Ja. Let's go, ja. Ähm, nee, ich habe jetzt auch nochmal geschaut. Ich kann dir, glaube ich, kein Link senden. Ja, ist nicht schlimm. Ich meine, jetzt ging es ja eher um die FL, glaube ich, jetzt. Ja, ja. Ich verstehe nicht. Ich habe irgendwie einen Link bekommen. Ich weiß nicht. Danke nochmal für die 2-Euro-Spende an Leo Busch. Danke für die ID. Ich schau, dass ich vielleicht adden werde. Ich muss nur dran denken. Das ist gerne nochmal, erinnern, gleich im Chat. Nach dem Match auf jeden Fall rein. Direkt adden. Oh, sehr gut, dass du da bist. Sehr gut. Wichtig, direkt zur Zeit. Mit 4 Cubes ist echt gut. Können wir reinlaufen? Nein, nein, ich weiß nicht. Bleib du mal safe. Nice. Nice, nice, das ist gut. Glaube ich. Ich habe ihn bekommen noch. Okay, das ist noch nicht Spack-Diet. War nicht schon. Nee, da ist nämlich niemand mehr, oder? Die ist nach oben, die laufen. Alles gut. Es sind doch 3 da oben. Da oben ist ein 7er Team. Das wird die anderen suchen. Ja, das ist 6er. Oder? Oder sogar 3-Blau. Ich glaube, das ist chillen sogar. Ja, ja. Oh, nice, nice. Oh mein Gott, das ist noch richtig gut. Gut, dass wir noch ein bisschen weiter gepusht haben. Ja, ja. Ich wollte eigentlich nur exakt 2 Stunden. Das habe ich noch ein bisschen länger. Aber wir haben es aber genau noch 2 Stunden auf die 5, auf die 6, äh, die 58 geschafft. Ja. Jetzt mal Plus kriegen wir das OP. Ja, klar. Ich komme zu dir. Neunes Team unten pushen. Ja. Da unten ist ein Spike. Hier unten. Was ist jetzt passiert? B-T. Nein, nein, nein. Was ist passiert? B-T. Ich hatte eigentlich auch eine Meteor erwischt. Ganz dumm. Das war echt bescheuert. Egal. Schauen wir. Äh, wie geht's. Okay. Achso, sollen wir dich gleich mal... Oder sollen wir aufhören vielleicht? Ich weiß nicht. Ach, nach 73. Nee, lass noch mal. Ja, solange es gut läuft eigentlich, dann wir gleich schauen. Kein Minus für mich. Ah, ich muss noch enden. Ja, okay. Das kannst du. Ah, wieder die Trophäen-Annovation zerstört. Das war gar ein bisschen... Ich finde es noch nicht so gut abgesprochen, weil irgendwie sind ja ein bisschen Lost reingelaufen. Ja, ja. Ich hab nicht gewusst, dass die genau da campen. Das war ein bisschen Lost. Ja, es war halt auch unlucky, weil ich mich dieser Meteor genau in der Sekunde auch noch erwischt hat. Naja, mega. Let's go. Auf jeden Fall nochmal danke für den wirklich absolut geilen Stream wieder. Morgen wahrscheinlich... Also morgen aus safe um 15.30 Uhr wieder Video. Ich will jetzt wahrscheinlich bald wieder umsteigen auf Daily Videos. Ich warte aber noch immer bis Update rauskommt oder irgendwelche Update-Informationen kommen. Weil dann haben wir halt wieder mehr Content. Dann kann ich halt auch Easy Daily Update wieder bringen. Weil dann haben wir ja auch einiges, worüber wir hoffentlich natürlich auch Videos machen können. Ich hab noch absolut gar keine Ahnung, was ein Update kommen wird. Wir haben ja bisher nur die Starpark-Informationen praktisch. Und wir wissen ja, dass im WKBL-Livestream der Starpark ja brennt scheinbar. Also, aber das wissen wir natürlich überhaupt nicht, weil es natürlich im Broadcast-Update kommen wird. Das sind halt nur Informationen zum Starpark. Aber es ist natürlich trotzdem sehr interessant. Ich hoffe, dass wir... Ich muss ehrlich sagen, ich hab das letzte Mal den Starpark echt ein bisschen nervig gefunden im Video. Aber diesmal freue ich mich richtig drauf, wenn nochmal Starpark-Sachen drin wären. Ich weiß nicht. Meist du packen nochmal Starpark-Sachen rein? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, let's go. Wichtig. Hab ihn. Ich soll die Cubs nicht nehmen, ich bin low. Ich brauchst da Hilfe. Alles gut. Ich bin sehr, ich bin sehr. Sehr gut. Lol. Ja, gut, ich spiel in Piper, die sind eh lost. No front. No front. No front, bro. Ich spiel in Piper, die sind eh lost. Ah ja. Tobi mal wieder hier ganz entspannt unterwegs. Tobi ganz toxik mal wieder unterwegs. Das hätte es einen Bann gegeben im Chat. Und das nächste Mal auf der Map pushst du da Piper. Wie ist ein Piper? Er ist aber schon lost auf der Map, ne? Ja, eigentlich schon. Aber warum Piper nicht mehr ganz lost auf der Map, weil die ganzen Meteoriten hier einschlagen? Aber ich hab hier auch schon Piper gespielt auf dieser Map. Aber nur zum Treuen eigentlich. Ich freue mich auch. Ich hab ich die fast gehabt, ey. Noch ein Hit, komm. Ja, der Spiel tickt. Der ist ja auch von allen guten Geistern verlassen. Let's go. Das war wichtig. Sehr schön. Von allen guten Geistern ist er verlassen, sage ich dir. Allen guten Geistern. Oh, die Piper noch? Ah ja, let's go. Nice. Ja, pass auf. Ich komm gleich. Ja, ich geh auch safe. Komm, ich will jetzt auf jeden Fall den ersten Platz rausführen. Ey, ich komm so gut vor Radgrad, aber es hat sich echt gelohnt. Ey, vielleicht sollten wir einfach drinbleiben. Keine Ahnung. Was? Ich hätte dir jetzt gesagt, vielleicht sollten wir einfach drinbleiben. Wie drinbleiben? Ja, also weitermachen. Ach so, ja, also lange ich so gut läuft, wenn ich noch ein bisschen weitermachen. Ja, ja. Ja, ja, so spontan. Du hast ja auch einen Start, deswegen. Spontana on K-Push. Ne, also auf WorldCat durchziehen will ich heute nicht, dass mir zu anfangen. Weil wir heute Abend um 21 Uhr, wenn ich auch am Morgen in Sponsor zog. Relax, relax, relax. Nein, nein, nicht relax. Du kriegst das in Bann. In Time Out. Ich krieg einen Time Out ohne Bann. Ja. Ich mute es gleich. Okay. Und danke für 2005, mein Likes auf dem Stream. METEF. Danke. Danke an Agba für die 4-Euro-Spende. Ja, du gehst schon wieder, du gehst schon wieder Apfel, oder? Oder ist es eine Birne? Hm, ist ein Apfel, ne? Ah, ein Apfel. Deine Birne würde nicht so frisch kriegen. Okay, okay. Ja, ja. Ich habe mir gestern eine Birne gegönnt, nur zur Info. Krass. Ja, das ist echt heftig. Ich will nicht zu hart flexen, Leute, aber ich habe mir halt echt eine Birne gegönnt. Hm. 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 Okay. Na, geh nach oben. Hm, okay. Ist es besser, sie zu helfen, als den Cube zu holen? Ich weiß es nicht. Ja, die Cube zu holen, aber die machen eh gerade hier ein bisschen die Nerven ein bisschen. Dann hau ich mal meinen Koffer hier rein, wenn die Nerven. Lol, BTF, die können die... Ich werde down gehen. Nein, das ist keine gute Idee. Nein, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich habe es nicht gecheckt. Okay. Sollen wir die Ersteile einfach aufhören mit 871? Ich glaube, ja, oder? Ja, ich würde sagen, ich bin auf eine sehr guten Ausgleichslage. Ja, würde ich auch sagen. Das war echt lost ein bisschen, oder echt hardcore aus der Menge, aber gut. Hört mir auf, oder? Was? Hört mir auf. Ja, ja. Ja, war echt ein geiler Push, also wirklich. Also gerade das Ende nochmal. Da hatten wir es echt immer geschafft. Also wir wollten, wenn es krass läuft, auf 850 kommen. Und wir sehen, wir haben es eine halbe Stunde länger noch gemacht. Gut, schade, dass wir nicht mal verloren haben, aber egal. Und sind sie sogar auf 870 jetzt, das ist echt. Also 170 Trophäen, auf dem die wohnen zweieinhalb Stunden ist. Das ist nice. Ja, ja. Also nächstes Mal eventuell sogar schon Finale, ich denke aber eher nicht. Also je nachdem, wie es läuft, können wir durchziehen mal schauen. Ich würde einfach nächstes Mal vielleicht mindestens so auf 920 mindestens, oder 930, 140. Ja, ich würde sagen, nächstes Mal würde ich schon sagen 950 mindestens. Ja, sind 80 Rockies noch, ne? Ja, 940, das ist ja halt schon nicht mehr so viel. Das würde es selbst schaffen, ja. Okay, ja. So, und jetzt, was wir mal heute machen, wie gesagt, wir pushen heute mit Tobis Video. Gerne vorbei, sind alle. Also Tobi hat Nani auf Rang 35 gebracht. Was ist daran besonders, Tobi, sag mal. Ähm, ja, was der Rang jetzt so besonders ist, heißt, es ist halt schon, Rang 35 ist halt besonders. Jetzt flex mal ein bisschen. Ja. Okay, also Rang 35 push mit Nani. Ja, ich müsste es komplett ausrasten. Ja, das ist extrem besonders, weil Nani einer der schwierigsten Spieler zu verlieren ist und so weiter. Oh mein Gott, heftig. Ja, ja. Deswegen, okay. Ja, Rang 35 war eine der schwierigsten Brawler auf Rang 35. Heute schaut alle vorbei, links im Chat. Wir gehen nämlich jetzt offline, ne? Also Link zum Tobi ist im Chat, Rang 35 push mit Nani, gerne alle vorbei ist schon. Wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Je nachdem, welchen Map passt. Wenn morgen eine krasse Map ist, würde ich heute Morgen ansonsten übermorgen pushen, ne? Können wir auch schauen, wir können über Brawler jetzt schauen, was dann kommt. Ja. Ähm, ja, werdet mir gleich mal die Map anschauen, die morgen kommt und ihr per WhatsApp schreiben. Genau, genau, genau. Wenn wir uns absprechen, dann würde ich lieber Donnerstag oder Freitag pushen. Ja. Und dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, euch allen noch einen schönen Abend. Ich hoffe, Tobi wird's vorbei im Chat, da ist der Link. Ja, wir freuen. Ja, wir freuen uns. Also gerne ein Abo bei ihm da oder auch ein Like nach oben, der würde sich freuen. Und ja, euch allen noch einen schönen Tag. Geiles Team, vielen Dank für den Support, echt super gelaufen. Und die 1000 Trophäen sind echt...